Ich freue mich heute auf eine sehr spannende Ringvorlesung, die letzte Ringvorlesung für dieses Jahr, noch 17 Tage, dann ist auf einmal 2022 und ich finde es wirklich Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr vorbeigeht oder vorbeigegangen ist und was wir auch trotzdem alles an aktivistischen Projekten in diesem Jahr umsetzen konnten, im zweiten Corona-Jahr, muss man ja dazu sagen. Und trotz alledem konnten wir, glaube ich, auch in diesem Jahr nochmal ganz besonders zeigen, im Jahr der Bundestagswahl, dass gesellschaftlicher Druck die Politik eben total bewegen kann, dass Massenproteste was bewirken. Jetzt haben wir da einen Koalitionsvertrag, in dem zumindest mal der eine fossile Energieträger langsam sein Zeitliches segnet und blicken natürlich ganz gespannt darauf, wie sich jetzt diese Regierung, die jetzt seit knapp einer Woche im Amt ist, weiter bewegt. Und müssen natürlich auch da wieder, weiß ich, weiter fleißig Druck machen. Und eines der aktivistischen Projekte, die natürlich auch dazu gehören, ist, gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den verschiedensten Gebieten über ihre Forschung zu sprechen, zu informieren und zu bilden. Und das machen wir mit dieser Ringvorlesung. Und an der Stelle möchte ich mir auch nochmal rausnehmen, ein Riesendank an das ganze Team, was ja dahinter steht, auszusprechen, die dieses Jahr zwei Ringvorlesungen, also wir haben ja erst im April damit angefangen, zwei Ringvorlesungen auf die Beine gestellt haben. Also ein Riesendank an Lara, Cornelius, Benni, Eva, Inga, Christina, Jana, Lena, Alina für die Grafiken und natürlich last but not least an Professorin Franziska Müller, ohne die das Ganze hier überhaupt nicht möglich wäre. Und weil uns das allen so eine riesengroße Freude macht, könnt ihr euch also auch schon mal darauf einstellen, dass es im kommenden Semester weitergeht, damit wir arbeiten also gerade fleißig daran, für das Sommersemester auch schon wieder eine Vorlesung zu planen. Und damit die noch besser wird, als die vorangegangenen, seid natürlich auch ihr gefragt. Es läuft jetzt nämlich, glaube ich, die läuft schon, die Lehrevaluation zu dieser Vorlesung. Da könnt ihr uns also mit Feedback zuschütten, thematisch, aber auch was die ganzen Abläufe angeht, damit wir das natürlich mitnehmen können jetzt in die Vorbereitung für die nächste Vorlesung. Das soweit als Vorbemerkung. Noch ein wichtiger Hinweis, dann geht es auch schon los. In der Form ist das Ganze natürlich nur möglich, weil wir für die Ringvorlesung auch die Ressourcen, Kanäle und Kontakte des AStA nutzen können. Und als AStA möchten wir euch natürlich gerne noch mal darauf hinweisen, dass seit dieser Woche die Wahl zum Studierendenparlament läuft. Das Studierendenparlament wählt am Ende ja den AStA. Und wir geben hier natürlich keine Wahlempfehlung, aber bitte wählt. Es ist lächerlich einfach, das zu tun, weil ihr alle Briefwahlunterlagen per Post zugeschickt bekommt. Und die quasi nur einmal öffnen müsst, ein kleines Kreuz machen müsst und das Ganze in den vorrankierten Umschlag packt und bei der nächsten Gelegenheit dann in den Briefkasten. Und schon habt ihr gewählt und dafür gesorgt, dass im kommenden Jahr auch die Studierendenschaft gegenüber der Universität wieder gut vertreten ist. Und ja, gerade natürlich in Zeiten von Krisen ist es, glaube ich, besonders relevant, also sei es da die Corona-Pandemie oder eben die Klimakrise. Da kommt es natürlich sehr darauf an, wie sich die Universität irgendwie zu gesellschaftlichen Fragen positioniert. Und die einzige wirklich demokratisch legitimierte Möglichkeit für uns Studierende, bei diesen Fragen mitzureden, ist eben über das Studierendenparlament. Und insofern wählt, erinnert auch gerne nochmal eure KommilitonInnen, dass sie in diesen Tagen einen Brief bekommen oder schon bekommen haben und das Ganze wirklich lächerlich einfach ist. Das als Kommentar noch dazu. Dann sei gesagt, dass diese Vorlesung heute ja eigentlich ein bisschen anders geplant war. Aber wie sich das jetzt glücklicherweise alles gefügt hat, wir damit auch die ausgefallene Vorlesung von vor ein paar Wochen zusammen mit Dirk nämlich nachholen können. Und heute gemeinsam mit Inga auch über die COP, also die Weltklimakonferenz, sprechen. Das heißt, diese Vorlesung ist testrelevant und quasi mit beiden Themen. Und der Test dazu in Kombination mit den letzten beiden Vorlesungen startet dann am 4. Januar und läuft dann wie gewohnt eine Woche. Das kennt ihr ja inzwischen alles, glaube ich, zu Genüge. Und damit leite ich auch schon über jetzt zu unseren beiden Gästen für heute. Ja, Dirk, ich fange mal mit dir an. Irgendwie unsere Wege kreuzen sich immer wieder seit zweieinhalb Jahren. Du bist, ja, ich glaube, auch mit in der Gründung beteiligt gewesen bei den Scientists for Future in Hamburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest war das das erste Mal, dass wir uns da 2019 irgendwann über den Weg gelaufen sind. Letztes Jahr hast du die Ringvorlesung, die erste, eröffnen können. Das hat uns natürlich auch enorm gefreut. Und seit vielen Jahren bist du Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut und seit 2019 auch Professor für Cryosphäre hier an der Universität Hamburg. Heute geht es um den Weltklimabericht, der ja dann immer wieder quasi auch sehr fleißig in den Medien zitiert wird. Und da einen enormen hohen Stellenwert quasi sowohl in der Wissenschaft beherrscht oder besitzt und eben auch in der Politik und in den Medien. Wir wollen uns heute so ein bisschen der Frage widmen, ist das gerechtfertigt? Wie kommt so ein Prozess quasi zustande hin zu einem solchen Bericht? Und vorab möchte ich aber natürlich gerne nochmal oder möchten wir gerne natürlich nochmal ein bisschen von dir erfahren. Was hat dich denn so auf den Weg gebracht, jetzt hier als Professor für Cryosphäre zu stehen? Wie hat das denn alles angefangen und was motiviert dich eigentlich, das zu tun und heute zu uns zu sprechen? Das hat angefangen in grauer Vorzeit einfach mit meiner Begeisterung für Naturwissenschaften und mit meiner Begeisterung, Dinge verstehen zu wollen. Und war eigentlich, ehrlich gesagt, am Ende so ein bisschen so eine zufällige Entscheidung, wie das, glaube ich, ganz häufig bei Studienfachwahlen am Ende ist, dass ich mir bis ein paar Tage vor Einschreibenfrist nicht wirklich sicher war, was ich eigentlich studieren wollte. Und bin dann irgendwie über spannende Artikel zu Klimawandel gestolpert und habe gedacht, ich studiere einfach mal Meteorologie. Das habe ich dann gemacht, ohne wirklich zu wissen vorher, worauf ich mich da einlasse. Dass das Primär Mathe und Physik war, wurde mir dann erst während des Studiums klar. Darf natürlich eigentlich nicht passieren, eigentlich sollte man sowas alles vorher wissen. Hat mir aber halt super Spaß gemacht. Und dann war ich während meines Studiums für ein Jahr auf Spitzbergen. Ich weiß noch genau, wie als Auslandsjahr, wie alle Professorinnen und Professoren versucht haben, mich davon abzubringen, dass das ja im Lebenslauf überhaupt gar nicht toll aussieht, Spitzbergen, dass man doch irgendwie nach New York oder London oder sonst wo hingehen sollte. Ich habe aber gedacht, ich will nach Spitzbergen. Das ist das, was mein Herz mir vorschreibt. Und bin da hingegangen und habe mich unglaublich in diese Polargebiete verliebt. Und habe dann halt für mich einfach identifiziert, dass ich gerne verstehen möchte, wie sich diese unglaublich schönen Landschaften dort oben im Klimawandel verändern, das Dokumentieren, Verstehen, Erforschen. Und ich glaube einfach aus dieser Begeisterung für diese unglaublich schönen Landschaften und meiner Begeisterung für die Forschung und meinem, ja auch meinem Gefühl, dass es unendlich traurig wäre, wenn diese Landschaften dort oben verschwinden würden, ist in mir dann immer stärker auch die Notwendigkeit einfach wach geworden, möglichst breit über diesen Wandel, über diesen Klimawandel allgemein zu informieren. Ich sehe mich da idealerweise als quasi neutraler Botschafter für die Naturwissenschaften, dass ich versuche, an möglichst breite Gesellschaftsschichten einfach das Wissen über den Klimawandel hineinzutragen. Deshalb habe ich mich auch super Freude, dass ihr mich wieder eingeladen habt, heute Abend hier zu sein. Bringt mir unglaublich Spaß. Und ich es einfach extrem wichtig finde, dass wir dieses Wissen möglichst breit streuen, damit wir als Gesellschaft dann hinterher wirklich auch eine informierte Entscheidung darüber treffen können, wie wir mit dieser, meiner Meinung nach, wirklich größten Herausforderung unserer Zivilisation so umgehen, dass wir eine Lösung finden, die für zumindest den allergrößten Teil von uns und kommenden Generationen gut funktioniert. Und ich glaube vielleicht, um das noch hinzuzufügen, was ich halt, glaube ich, irgendwann halt für mich einfach auch wahrgenommen habe, ist, dass einfach jeder von uns einfach Teil dieses Problems Klimawandel ist. Und ich für mich, glaube ich, aber auch das Gefühl haben möchte, ich bin aber irgendwie auch Teil der Lösung geworden und darum für mich versucht habe herauszufinden, was sind die größten Hebel, an denen ich persönlich in der Art und Weise, wie ich wohne, arbeite, die Stellung, die ich habe, was sind da die größten Hebel, die ich nutzen kann? Und habe da halt bemerkt, dass das bei mir zum einen wirklich diese Forschung ist, das Verstehen, neues Wissen zu generieren und zum anderen aber diese Kommunikation. Und dass ich versuche, mit diesen beiden Hebeln einfach bestmöglich so zu hantieren, dass wir dieses Problem vielleicht zumindest noch halbwegs in den Griff bekommen. Und dahingehend trittst du natürlich auch seit vielen Jahren quasi als Bindeglied und Wissenschaftskommunikator auf. Und gleichzeitig, das habe ich mich gerade natürlich vergessen, und deshalb ist es natürlich insbesondere auch spannend, heute mit dir über den IPCC zu sprechen. Bist du natürlich Top-Klimawissenschaftler und, ja, kann man, glaube ich, so sagen. Und dementsprechend inzwischen einer der Leitautoren auch des neuen IPCC-Berichts, der jetzt im kommenden Jahr rauskommt. Vielleicht kannst du uns dazu auch gerne nochmal so vorab so ein paar, also wie passiert man das, dass man auf einmal quasi im IPCC-Gremium landet? Kommt da quasi auch so eine Art Anruf aus Stockholm oder wie? Nee, das läuft ein bisschen anders. Das kann ich gleich auch gerne noch im Detail erzählen. Wie dieser Auswahlprozess funktioniert, das ist, glaube ich, sinnvoll, wenn wir das gleich eingliedern, eigentlich die eigentliche Vorstellung. Weil genau eigentlich das das Thema heute Abend sein soll, was ich so ein bisschen einführe. Wie funktioniert eigentlich dieser IPCC-Prozess? Wer macht damit? Wie kommt man da rein? Da würde ich gleich einfach noch ganz kurz drauf eingehen. Dann machen wir das. Das ist wunderbar. Dann möchte ich hier an der Stelle natürlich, damit wir alle wissen, was uns heute erwartet, nochmal einen kleinen Ausblick zumindest darauf geben, was wir im zweiten Teil der Vorlesung machen. Dann diskutieren wir danach einfach zu dritt, beziehungsweise mit euren Fragen dann. Wir wollen uns heute eben auch anschauen, wie wird denn dann quasi so die wissenschaftliche Grundlage politisch umgesetzt, und zwar auf der allerhöchsten Ebene. Wir sprechen auch so ein bisschen über die Weltklimakonferenz, beziehungsweise wird Inger uns davon berichten. Also ihr kennt Inger ja hier auch aus dem Ringvorlesungsteam. Und Inger war aber auch dieses Jahr in Glasgow, also vor knapp einem Monat, auf der Klimakonferenz und wird uns von da ein bisschen berichten, so aus der aktivistischen Perspektive natürlich, wie das da vor Ort funktioniert. Und dann wollen wir das gemeinsam nochmal abrunden in der Diskussion. Ich würde aber sagen, dass wir einfach jetzt mal straight rein starten, dann mit deinem Input, deinem Vortrag, Dirk, und dann klären sich auch gleich ganz viele Fragen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen in der Zwischenzeit, ihr kennt auch das Spielchen, die Fragen über das Q&A oder F&A-Tool, nachdem ihr euer Zoom eingestellt habt, zu stellen. Die werden im Hintergrund sortiert und dann später in der Diskussion behandelt. Und dann könnt ihr da natürlich auch nochmal Fragen stellen. So, auf geht's, Dirk. Prima, danke. Genau, und ich kann das, glaube ich, nur noch einmal ganz kurz unterstreichen, was Florian gerade sagte, dass ich mich mit Inga darauf verständigt habe, dass wir wirklich heute den Schwerpunkt gern bei der Diskussion setzen wollen. Also, dass eigentlich unsere beiden Teile ersten Art wirklich Input sind und aber, dass viel Material dann hinterher in der Diskussion bestimmt noch besprochen wird. Darum, eure Fragen sind wirklich zentral für das Gelegen des heutigen Abends. Aber fangen wir einfach mal an. Thema heute in den ersten, ja, grob 20 Minuten oder so soll es sein. IPCC und dann halt wirklich einen Blick in den Maschinenraum. Ich habe die letzten drei Jahre einen sehr, sehr, sehr großen Teil meiner Zeit damit zugebracht, den Amweltklimareport-IPCC-Bericht mitzuschreiben. Der ist jetzt der erste Teil davon, an dem ich zentral mit beteiligt war, im August veröffentlicht worden. Und es war wirklich eine unglaublich intensive, spannende Erfahrung. Und ich möchte heute einfach gerne ein bisschen darüber sprechen, was man da eigentlich so macht, wie es dazu kommt, wie dieser ganze Prozess abläuft. Und es kann sein, dass das einfach hilfreich ist. Darum sage ich einfach mal, was euch so ein bisschen erwartet. Und zwar habe ich das gegliedert anhand dessen, was wir möglicherweise hinterher diskutieren könnten. Und zwar zum Ersten vielleicht, dass wir drüber sprechen könnten oder es dazu Fragen kommen, wie eigentlich die Autorinnen und Autoren dieser Berichte ausgewählt werden. Und das Zweite dann, wie das praktisch eigentlich funktioniert. Wie arbeitet man zusammen? Das Dritte, ein ganz zentrales Thema bei den ganzen Diskussionen, die wir auch innerhalb der Autorin-Teams dann haben, ist, was machen wir mit Unsicherheiten? Wie kommunizieren wir die? Dann zum Erfolg dieser Berichte und dadurch, dass sie wirklich eine große Durchschlagskraft haben, ganz, ganz zentral ist der letzte Teil bei der Erstellung eines solchen Berichts, nämlich der Austausch mit den Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen. Darauf will ich kurz zu Gesprächen kommen. Und wie geht man mit irgendwelchen Unstimmigkeiten um, wie unabhängig ist eigentlich der IPCC? Ganz kurz sozusagen die offizielle Definition, was ist eigentlich der IPCC? Der IPCC an sich ist nicht unbedingt irgendeine wissenschaftliche Einrichtung, sondern es ist ein Ausschuss, ein zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimawandel, der das Ziel hat, den wissenschaftlichen Kenntnisstand zum Klimawandel zu bewerten. Und der IPCC an sich ist eine Regierungsorganisation. Also der IPCC ist keine wissenschaftliche Organisation, sondern es ist eine politische Organisation aller Regierungen, die Mitglieder der Vereinten Nationen sind. Und im Moment hat der IPCC entsprechend der Anzahl der Mitglieder in den Vereinten Nationen 195 Mitglieder und das sind die Regierungen. Das heißt, den Kern des IPCC bilden Regierungen. Und was das dann im Endeffekt mit uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun hat, das sehen wir gleich. Ich würde vorher vielleicht ganz kurz gerne aber noch einmal so eine kleine Historie machen. Gegründet worden ist der IPCC 1988. Als klar wurde, wir müssen uns mit diesem Thema Klimawandel irgendwie beschäftigen. Und zwar als wurde der IPCC gegründet von der Weltmythrologieorganisation WMO und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Und dann gab es vom IPCC in Auftrag gegeben und erstellt dann immer sogenannte Sachstandsberichte, also Berichte, die den aktuellen Kenntnisstand zum Klimawandel zusammenfassen. Die sind hier oben mit ihren Abkürzungen einmal aufgeführt. Hier unten stehen dann jeweils die Jahreszeilen. Das fing an dann mit dem First Assessment Report, dem ersten Weltklimabericht. Dann kam logischerweise der Second Assessment Report. Wir hatten jetzt 1990, 1995. Dann 2001 kam der Third Assessment Report. Und dann fiel den Menschen, die Abkürzungen erfinden, irgendwann auf, dass, wenn sie bei vier ankommen, das Ding wieder FAR heißen würde. Darum hat man dann beschlossen, dann nennen wir das Ding jetzt mal AR4 im Jahr 2007. Dann kam AR5 2013. Und jetzt sind wir im Zeitraum von AR6, wo jetzt der erste Teil in diesem Jahr 2021 erschienen ist. Auch Teil von diesem sechsten Bericht sind drei Sonderberichte. Einmal ein Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel, der SR 1.5. Ein Sonderbericht zum Ozean und zur Kryosphäre und ein Sonderbericht zu Prozessen, die im Land passieren. Und diese Berichte bilden eigentlich das Kernergebnis der Arbeit des IPCC. Parallel dazu ist hier noch aufgeführt, welche wichtigen politischen Weichenstellungen es gab. Zum Beispiel das Kyoto-Protokoll, den Beschluss, dass es ein 2-Grad-Ziel geben soll. Grundsätzlich das Paris Agreement. Dieses Jahr dann halt die Konferenz in Glasgow. 2007 bekam dann der IPCC zusammen mit Al Gore den Friedens-Nobelpreis für seine Arbeit. Das heißt, den IPCC gibt es seit über 30 Jahren und die Hauptergebnisse dieser Arbeit sind halt diese Berichte gewesen. Aber wie sieht das im Inneren aus vom IPCC? Wenn wir uns einmal ganz kurz die Struktur anschauen, dann ist es halt gegründet, wie wir gesehen hatten, von der Weltmethodologieorganisation und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Und das zentrale Entscheidungsgremium des IPCC ist das IPCC Plenary, wo halt die Vertreterinnen und Vertreter aller 195 Mitgliedsnationen vertreten sind und sozusagen im Plenum beschließen, was das nächste Ziel sein soll, was die Inhalte des nächsten Berichts sein sollen etc. Das ist sozusagen formal das entscheidende Gremium im IPCC. In der Praxis möglicherweise für das Tagesgeschäft von viel, viel größerer Relevanz ist das sogenannte IPCC-Büro, oder wenn man im IPCC drin ist, einfach nur The Bureau. Immer wenn irgendwelche wirklich relevanten, wichtigen Fragen auftraten, dann musste man The Bureau fragen. Und dieses IPCC-Büro, wie es heißt, das wird gewählt von den Mitgliedern des Plenums. Und da drin sind Vertretende, der jeweils Vorsitzende des IPCC, die Vorsitzende der jeweiligen Arbeitsgruppen, die es gibt, die stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitsgruppen. Und die sind alles erfahrene, großteils erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in erster Linie, die den Prozess schon seit vielen Jahren zum Beispiel als Autorinnen und Autoren kennengelernt haben und dann halt irgendwann ins Büro gewählt worden sind. Darunter gibt es noch das Exekutivkomitee, das eine ähnliche Aufgabe eigentlich hat, auch wie das Büro ein bisschen beratend, das Tagesgeschäft zu betreuen. Aber in der Praxis für uns war halt dieses Büro hier viel wichtiger. Und dann gibt es verschiedene Arbeitsgruppen. Ich war Teil der Arbeitsgruppe 1, die sich damit beschäftigt, die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels zu bewerten. Die Arbeitsgruppe 2, die beschäftigt sich mit Anpassungsmaßnahmen, Anpassungsmöglichkeiten, Verwundbarkeit, Risiken und so weiter. Und die Arbeitsgruppe 3 beschäftigt sich damit, wie wir den Klimawandel möglicherweise verlangsamen oder gar noch stoppen können. Und jetzt neu dazugekommen ist eine Taskforce, die sich anschaut, was einzelne Länder noch an Treibhausgasen freisetzen und wie das entsprechend bewertet wird. Und jeder dieser Arbeitsgruppen zugeordnet, auch das ganz zentral im Tagesgeschäft, ist eine sogenannte TSU, eine Technical Support Unit, die zum Beispiel dann unterstützt bei allen möglichen Fragen zur Technik, sei es, wo die Dokumente online sind, wie man die Grafiken erstellt, wie man irgendwas formulieren soll etc. Genau. Und in diesen Arbeitsgruppen sind dann halt verschiedene Autoren, Gutachterinnen etc. angesiedelt. Soweit zur Struktur. Wie kommt jetzt aber ein solcher Bericht zustande und wie wird man dann zum Beispiel auch Autor? Das ist ein sehr, sehr, sehr langer Prozess, bis ein solcher Bericht fertig ist. Das ist hier einmal in der Gesamtschau in klein gezeigt. Wir können ja mal oben links in der Ecke anfangen. Das Erste, was passiert, ist, dass das IPCC-Plenum, also diese Regierungsgruppe, dass die beschließt, wir hätten gern einen Bericht zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel nach der, im Pariser Klimaabkommen steht drin, dass der IPCC bitte einen Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel erstellen soll. Und ein solcher Bericht wird dann beauftragt und dann wird zunächst mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die von den Regierungen eingesetzt werden, der Inhalt dieser Berichte ganz grob skizziert festgelegt. Da sind dann zum Beispiel auch NGOs beteiligt, da sind die Regierungen mit beteiligt, wo im Prinzip bei unserem Bericht zum Beispiel festgelegt wurde, wie viele Kapitel soll dieser Bericht haben und was sind grob die Themen, die in den einzelnen Kapiteln behandelt werden sollen. Und daran kommt man dann später auch nicht mehr wirklich dran vorbei. Man hat natürlich noch gewisse Freiheiten, wenn noch ganz neue Themen auftauchen, dann passen die meistens schon irgendwie in diese Struktur rein. Aber die grundsätzliche Struktur wird hier festgelegt und dann entsprechend vom Plenum akzeptiert und ist dann quasi in Stein gemeißelt und ist dann das wirklich zentrale Dokument, wenn es darum geht, was wir in den einzelnen Kapiteln machen müssen. Und dann wird seitens der Regierung, werden dann die Autorinnen und Autoren gesucht. Das läuft in Deutschland dann so, dass es in Deutschland eine eigene nationale IPCC-Koordinierungsstelle gibt, die dann im Prinzip einlädt, sich zu bewerben, da Autor oder Autorin zu werden und dann schon mal möglicherweise eine Vorauswahl vornimmt. Und dann würde die deutsche Regierung, in dem Fall wahrscheinlich das Umweltministerium, diese Liste von möglichen deutschen Autorinnen und Autoren weiterreichen, zentral ans Büro des IPCC, die dann die Autorinnen und Autoren auswählen. Und das ist ein extrem komplexer Prozess, bei dem versucht wird, alle möglichen Quoten sozusagen zu erfüllen. Zum einen die Quote von, das in allen Kapiteln möglichst eine gute Mischung ist von erfahrenen Autorinnen und Autoren, aber auch von neuen, dass man nicht immer das Gleiche schreibt. Dass man eine sehr, sehr gute regionale Abdeckung hat, dass jetzt nicht alle Autorinnen und Autoren nur aus Europa und Amerika kommen zum Beispiel, dass das regional wirklich die gesamte Welt abdeckt, insbesondere auch bei Themen natürlich, die dann von regionaler Bedeutung ist. Dass die Gender-Balanz stimmt, dass die Altersverteilung halbwegs hinkommt. Und aber natürlich auch ganz, ganz zentral, dass die gesamte Expertise abgedeckt ist, die man braucht, um diesen Bericht dann am Ende schreiben zu können. Und bei uns im Bericht hatten wir zwölf einzelne Kapitel und in jedem dieser Kapitel war man so zwischen, je nach Größe und Länge und Umfang des Kapitels zwischen 10 und 20 Autoren, sodass es insgesamt dann eine Gruppe von 200 Menschen sind, die dann zentral damit befasst sind, diesen Bericht zu schreiben. Und das Erste, was wir dann getan haben, ich zeige am Ende auch noch mal ganz kurz, wie das zeitlich ablief, war einen ganz groben, internen Entwurf zu schreiben, bei dem wir erstmal geschaut haben, funktioniert das alles, funktioniert die Aufteilung, welches Kapitel was macht, dass man einmal so einen groben Überblick hat, den man mit den anderen Kapiteln dann teilt, innerhalb von ein paar Monaten. Und dann relativ zügig, nachdem das einmal von eingeladenen Expertinnen und Experten begutachtet worden ist, den ersten kompletten Entwurf eines IPCC-Berichts erstellt, der dann der gesamten Wissenschafts-Community zur Begutachtung zur Verfügung gestellt wird. Also jeder Mensch, der in der Klimaforschung aktiv ist, kann sich dann als Gutachter oder Gutachterin registrieren lassen und entsprechend Kommentare, Anmerkungen, Rückmeldungen zu diesen Kapiteln geben. Und jeden einzelnen dieser Kommentare müssen die Autoren bewerten, beantworten, entweder akzeptieren oder ablehnen oder einfach nur zur Kenntnis nehmen. Wenn das einfach nur eine Anmerkung ist, finde ich super, dann nehme das freudestrahlend zur Kenntnis. Und diese Kommentare und unsere Antworten darauf werden alle hinterher veröffentlicht. Das heißt, man kann bei jedem Kommentar nachvollziehen, warum wir den entweder aufgenommen haben oder mit welcher Begründung wir das entsprechend abgelehnt haben. Und basierend auf diesen zigtausenden von Kommentaren, die dann kommen, Heidenarbeit, die alle zu bearbeiten und dann auch umzusetzen und einzubauen in den Entwurf, gibt es dann einen zweiten Entwurf, der wieder vor allem von Expertinnen und Experten gutachtet wird, aber auch schon Input bekommt von Regierungen, dass zum Beispiel das Umweltministerium sich dann anschaut, passt das zu dem, was wir auch gerne an Themen im Report haben oder fehlt uns da irgendwas? Dann gibt es wieder zigtausende von Kommentaren, die wir alle einzeln beantworten müssen, die dann schließlich zum finalen Bericht, zum fast fertigen Bericht führen und zum Entwurf für die Zusammenfassung für die EntscheidungsträgerInnen, der Summary for Policymakers. Und dann gibt es zu dieser Zusammenfassung für die EntscheidungsträgerInnen wieder auch Gutachten, Rückmeldung von den Regierungen dann nur noch, die wir auch dann einbauen. Und dann setzen wir uns mit, das ist der Teil hier, und dann setzen wir uns am Ende, in unserem Fall für zwei Wochen, weil das alles online stattfand, das Kernteam von knapp 30 Autoren, die dann diese Zusammenfassung geschrieben haben, mit VertreterInnen und Vertretern aus den ganzen Ländern zusammen und gehen diese Zusammenfassung Satz für Satz durch und diskutieren und besprechen mit denen, ob die sich auch aus Regierungssicht einverstanden erklären mit der Art und Weise, wie einzelne Sätze geschrieben sind, wo die Schwerpunkte liegen. Können wir gerne auch hinterher noch drüber sprechen, was dabei angemerkt wird zum Beispiel oder was dieses Mal dabei angemerkt wurde, dass man einfach so ein Gefühl dafür kriegt, auf wieso man dann teilweise wirklich zwei Wochen lang mit Diplomatinnen und Diplomaten um einzelne Wörter ringt. Und im Prinzip ist das ein Prozess, der zwischen den Regierungen stattfindet, aber natürlich in ganz zentraler Position, weil wir halt bei diesen ganzen Diskussionen unseren Input liefern, warum wir Sachen so schreiben, wie wir sie schreiben. Und wenn Änderungen vorgeschlagen werden, was bei jedem Satz der Fall ist, wir halt immer sicherstellen müssen, dass jede Änderung kompatibel ist mit dem, was wir auch im Hauptbericht schreiben. Das heißt, am Ende wird in dieser Zusammenfassung für Entscheidungsträger nie irgendetwas drinstehen, was nicht auch im Hauptbericht irgendwo steht. Es kann durchaus sein, dass Schwerpunkte anders gesetzt werden oder so, aber es ist nicht möglich, für eine Regierungsorganisation da irgendwas reinzupacken in diese Zusammenfassung, was nicht im Hauptbericht drinsteht. Und dann wird das Ganze veröffentlicht. Und vorher wird es vom Plenum des IPCC noch angenommen. Das war halt dann sehr spannend, dass das gesamte Plenum des IPCC sagt, nehmen wir an. Und das ist bisher bei jedem dieser Berichte passiert. Es gab teilweise kritische Situationen bei diesen Verhandlungen, wo einzelne Länder gesagt haben, das können wir so nicht akzeptieren. Andere Länder haben gesagt, wir können es nicht akzeptieren, was anders dasteht, wo es wirklich dann hardcore um Diplomatie geht, wie man das formuliert, dass alle dann zustimmen können. Bisher ist das immer gelungen, dass am Ende jeder einzelne IPCC-Bericht von allen Regierungen angenommen wurde. Was dann auch bedeutet, dass zum Beispiel bei einer Klimakonferenz wie jetzt der in Glasgow dieser Bericht genommen werden kann als Grundlage für die Verhandlungen. Weil man immer wieder sagen kann, alle Regierungen haben dem zugestimmt. Das ist der bestmögliche Stand der Wissenschaft des Kenntnisstandes weltweit von Tausenden von Gutachterinnen, Zehntausenden von Kommentaren, Hunderte von Autoren zusammengetragen. Das ist das, was wir über den Klimawandel wissen. Komplett transparenter Prozess. Alles ist hinterher öffentlich. Das nehmen wir als Grundlage dann zu verhandeln. Und macht dann auch den IPCC vor Gericht zum Beispiel zu einem wirklichen Beweismittel. Bei Verhandlungen vor Gericht, wo es darum geht, Klimaschäden zum Beispiel gerichtlich zu bewerten und wer dafür die Verursacher zum Beispiel sein könnten, werden IPCC-Berichte als Beweismittel akzeptiert. Also was da drin steht, das wird als Wahrheit dann auch vor Gericht akzeptiert. Und all das ist nur möglich, weil wir im IPCC-Bericht durch sehr, sehr langes Training dann im Prinzip das, was man dann am Anfang, wo wir ganz, ganz viele Fragen immer zu hatten und wo wir sehr, sehr lange lernen mussten, bis wir das wirklich dann ja komplett verinnerlicht hatten, im IPCC-Bericht ist eine sehr komplett kalibrierte Unsicherheitssprache gibt. Das heißt, zu jeder Aussage, zu jeder Kernaussage im IPCC-Bericht wird auch mitgeliefert, wie sicher wir uns sind, dass diese Aussage wahr ist. Das höchste Level von Unsicherheitssprache ist, dass wir keine Unsicherheit mehr kommunizieren, sondern dass wir Sachen als Tatsache formulieren. Der Mensch ist Hauptverursacher für den derzeit stattfindenden Klimawandel. Punkt. Da ist keinerlei Unsicherheit mehr da, weil es naturwissenschaftlich geklärt ist. Und dann gibt es aber halt Abstufungen, very high confidence, high confidence, medium confidence, low confidence und very low confidence. Und zu welcher Einschätzung wir jetzt für eine bestimmte Aussage kommen, das hängt davon ab, zum einen, wie viele Belege es für eine bestimmte Aussage gibt. Ist das nur irgendwas, was wir in irgendeinem Klimamodell mal irgendwann gesehen haben? Oder zeigen das eigentlich alle Klimamodelle? Und wir sehen es auch in den Beobachtungen. Und wir sehen es auch in Rekonstruktionen aus der letzten Eiszeit. Und wir verstehen es auch konzeptionell. Dann wären wir halt ganz weit rechts, weil wir dann eine robuste Beweislage haben. oder viele verschiedene Stränge haben, die wir nutzen können. Und dann das zweite Kriterium ist, wie sehr diese verschiedenen Stränge übereinstimmen. Also das Beste, was einem passieren kann, ist, wenn im Prinzip, egal wo wir hinschauen, immer das Gleiche raus, egal wo wir hinschauen, dass es viele Möglichkeiten gibt, irgendwo hinzuschauen und immer das Gleiche rauskommt. Und so ist es zum Beispiel mit der menschengemachten Klimaerwärmung. Egal wo wir hinschauen, naturwissenschaftlich, egal welche Methode wir nutzen, wir kommen immer wieder zu dem Ergebnis, der Mensch ist Hauptverursacher für den jetzigen Klimawandel. Deshalb wir da eine extrem große Sicherheit haben, dass wir das sagen können. Und dann gibt es aber halt andere Bereiche, wo wir zum Beispiel nur zwei Modellsimulationen haben, die zum Beispiel eine extrem starke Instabilität im antarktischen Eisschild vorschlagen, dass es sein könnte, dass das antarktische Eisschild deutlich instabiler ist als bisher gedacht. Aber weil es da bisher nur sehr, sehr wenige Studien gibt, wäre das dann zum Beispiel etwas, wo wir dann sagen, there is low confidence that, das dann entsprechend bewerten, dass man beim Lesen auch jederzeit weiß, ist man sich da sicher oder gibt es da entsprechende Unsicherheiten. Und zusätzlich zu dieser Unsicherheitssprache gibt es dann auch noch eine Wahrscheinlichkeitsskala, die wir immer dann benutzen können, wenn wir grundsätzlich eine hohe Sicherheit haben, dass irgendwas passiert. Und die Sicherheit sogar so hoch ist, dass wir sagen, wir sind in der Lage, zu quantifizieren, wie wahrscheinlich irgendwas passieren wird. Und dafür gibt es dann halt auch die kalibrierte Wahrscheinlichkeitsskala, wie wahrscheinlich es ist zum Beispiel, dass die Klimaerwärmung in einem bestimmten Szenario unter anderthalb Grad bleibt, wie unwahrscheinlich es ist, dass wir in 40 Jahren noch mehr als in der Arktis haben, etc. im Sommer. All das ist auch eine kalibrierte Sprache. Das heißt, wir brauchen, wenn wir diese Wahrscheinlichkeitsskala nutzen wollen, irgendwie die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, zum Beispiel aus Modell-Simulationen oder Ähnlichem. Das heißt, wenn man den IPCC-Bericht dann liest, dann liest sich das am Anfang immer so ein bisschen sperrig vielleicht, weil halt immer dieses Virtually Certain auftaucht oder there is low confidence that. Und das macht aber halt, wenn man sich da erstmal so ein bisschen dran gewöhnt hat, die wirkliche Stärke dieses Berichts aus, weil halt ganz klar unterschieden wird zwischen Aussagen, die wir mit extrem hoher Sicherheit treffen können und solchen, die halt sehr unsicher noch sind. Genau. Wie sieht das jetzt bei uns konkret, sah das bei uns konkret aus vom zeitlichen Ablauf her? Das war also vom IPCC der sechste Sachstandsbericht, Arbeitsgruppe 1. Das ging an 2018. Im Sommer haben wir uns das erste Mal getroffen in Guangzhou in China. Und bei diesem ersten Leitautorin-Treffen ging es in erster Linie darum, zwischen den verschiedenen Kapiteln abzustimmen, welches Kapitel welchen, welche Inhalte füllt, weil wir verschiedene Kapitel hatten, die zum Beispiel ähnliche Sachen möglicherweise hätten machen können. Wir hatten zum Beispiel die ersten, das zweite, dritte und vierte Kapitel des Berichts, haben sich beschäftigt mit Beobachtung, Attribution, das heißt, ist irgendwas menschengemacht oder nicht und mit Prognosen für die Zukunft. Sozusagen als Schirm um das Ganze, als Klammer um das Ganze. Und in dem Kapitel, in dem ich aktiv war, wo es um Ozeane und Kryosphäre und Eis also ging, haben wir natürlich auch Beobachtungen und Modellierungen oder Modellergebnisse benutzt. Und da jetzt zu schauen, welche Teile von Beobachtungen und Modellergebnissen werden in den ersten Kapiteln gemacht, welche werden bei uns gemacht, all das wurde bei diesem ersten Treffen festgelegt. Und was da halt von der Gruppendynamik halt sehr lustig ist, wie man im Prinzip nach einem Tag sich komplett in seinem Kapitel verortet und wie dann auch, wenn man sich miteinander unterhält, eigentlich die Kapitelzahl im Prinzip die Identifikation ist. Also es geht null darum, aus welchem Land irgendjemand kommt, welche Erfahrungen irgendjemand hat, wie alt, jung, welches Gender. Es geht einfach nur darum, ich bin Kapitel sieben, du bist Kapitel neun, du kannst gut unterhalten. Und man weiß sofort, sozusagen wie, wo der andere Mensch dann quasi einzuordnen ist. Also die Heimat, die man hat beim Arbeiten an diesem IPC-Bericht, ist das eigene Kapitel, mit dem man sich auch einfach auch unglaublich oft dann trifft. Also wir hatten im Prinzip zwei Jahre lang jede Woche zweimal eine Videokonferenz, dann immer je nach Zeitzone, einmal ganz früh morgens in Europa, einmal abends in Europa, dass halt dann auch die Menschen aus Neuseeland oder aus Amerika dann hier als Mindestes an einem dieser Treffen teilnehmen konnten. Genau, und das wurde halt bei diesem ersten Treffen dann deutlich dieses, diese Heimat in den Kapiteln, was einzelne Kapitel machten, im Juni 2018. Im Oktober haben wir dann den internen Entwurf abgegeben, der dann geprüft und mit Kommentaren an uns zurückgeschickt wurde, im Dezember 2018. Dann hatten wir im Januar 2019 in Vancouver das zweite Treffen, wo wir in erster Linie uns mit diesen Kommentaren auseinandergesetzt haben, die halt teilweise sehr tief in die Struktur noch eingegriffen haben und haben entsprechend versucht, das dann zu diskutieren, wie wir das alles umsetzen können, um dann den ersten richtigen Entwurf zu erstellen, der dann zwischen Januar und April erstellt wurde, dann wieder begutachtet wurde von April bis Juni. Im Juli haben wir die Kommentare bekommen, haben wir uns dann zeitnah danach zum dritten Leitautorin-Treffen getroffen in Frankreich, wo wir dann die Kommentare wieder diskutiert haben, wie wir die umsetzen und dann zwischen August und Oktober diese tausenden von Antworten zu den einzelnen Kommentaren geschrieben haben, die dann von den Review-Editern, die jedem Kapitel zugeordnet sind, geprüft wurden. Das sind jedem Kapitel zugeordnet sind zwei oder drei sogenannte Review-Editor, die jeden einzelnen unserer Antworten durchschauen und gucken, ob sie die Antwort entsprechend plausibel finden. Dann 31. Dezember 2019 war dann Stichtag dafür, dass die Literatur bis dahin eingereicht sein musste, um im zweiten Entwurf des IPCC-Berichts, der am 12. Januar fertig sein musste, aufgenommen worden zu sein. Natürlich war unsere Hoffnung und auch das wurde so kommuniziert, dass wir informiert wurden, wenn Leute an einem Paper arbeiten, dass sie noch einreichen wollten, dass wir die Inhalte schon mal grob hatten, dass wir die schon mal einbauen konnten, aber wir mussten im Prinzip dann prüfen, ab dem 31. Dezember, ob das Paper wirklich eingereicht ist, damit wir es dann bis zum 12. Januar in den zweiten Entwurf mit aufnehmen konnten. Und im Prinzip Paper, die hier nicht drin waren, es relativ schwer gehabt haben, dürften dann im endgültigen Entwurf zu landen. Ein kleiner Kommentar, ich persönlich finde es unfasslich unglücklich, dass man den 31. Dezember als Stichtag nimmt, anstatt das irgendwie zum Beispiel vor Weihnachten zu machen. Natürlich ist es ein globaler Prozess und nicht überall mit Weihnachten gefeiert, aber es ist schon, wenn man sich anschaut, wie viele Paper zwischen dem 24. 12. und 31. 12. eingereicht worden sind, dann weiß ich nicht, ob das wirklich so eine glückliche Wahl möglicherweise war. Wie dem auch sagen, dann haben wir Anfang Januar intensiv nochmal geschaut, ob jetzt alle Paper, die wir zitieren, auch eingereicht sind. Das wurde wieder zusammengebaut und wurde dann, dann kam die Pandemie, das ist diese grüne Box hier, weshalb da dann Termine ein bisschen unsicher wurden, wieder von März bis Juni begutachtet. Das nächste Leitautorinnen-Treffen fand dann online statt, über einen längeren Zeitraum, wo wir dann die ganzen Kommentare wieder beantworten mussten. Das ganze Jahr über den endgültigen Bericht dann mit erstellt haben und dann am 31. Januar 2021 halt dann der Stichtag war, dass bis dahin das Paper wirklich auch akzeptiert sein musste. Und wenn es das dann war, dann wurde entsprechend im März der endgültige Bericht abgegeben. Die Entscheidungszusammenfassung für Entscheidungsträger wurde im April abgegeben und dann an die Regierung verteilt. Die konnten zwischen April und Juni dann nochmal Kommentare dazu abgeben. Diese Kommentare wurden zwischen Juni und Juli dann nochmal eingebaut und dann, hier steht noch eine Woche, es waren aber am Ende zwei Wochen, fand dann diese Sitzung statt, wo wir mit Regierungsvertreterinnen zusammen jeden Satz dieser Zusammenfassung für Entscheidungsträger durchgegangen sind, bis sie dann entsprechend dann Anfang Jan, August angenommen wurde. Und das ist dann alles nur die Arbeit an der Arbeitsgruppe 1 gewesen. Parallel dazu liefen Arbeiten oder laufen jetzt noch Arbeiten in Arbeitsgruppe 2 und 3. Die laufen so ein bisschen versetzt, weil zum Beispiel in der Arbeitsgruppe, die sich mit Schäden und Verletzlichkeiten von einzelnen Regionen beschäftigt, natürlich wichtig ist, was sind die naturwissenschaftlichen Grundlagen, auf denen wir das basieren lassen. Das heißt, die kommen, diese zweite und dritte Teil, dieses AR6, die kommen im nächsten Jahr raus und ganz am Ende steht dann auch ein sogenannter Synthesebericht, wo halt die Ergebnisse aus allen drei Arbeitsgruppen nochmal zusammengeführt werden. Und das soll es auch erst mal von mir gewesen sein, ganz grob als Überblick dessen, wie so ein IPCC-Bericht zustande kommt. Weitere Details, Diskussionen werden wir dann sicher gleich noch haben. Aber ich würde es gerne erst mal dabei belassen und dann jetzt auch direkt an Inga weitergeben, die dann ein bisschen berichtet, wie dann basierend auf diesen Ergebnissen dann in Glasgow verhandelt wurde und Aktivismus aufs Best gezeigt wurde. Inga, danke. Ja, vielen Dank, Dirk, für deinen Vortrag. Ich fand es gerade super spannend, auch nochmal jetzt eine ganz andere Perspektive darauf zu bekommen, gerade wenn man bei dieser Klimakonferenz war. Okay, jetzt weiß ich auch mal, wie das ist, ins Nichts zu reden, weil alle ihre Kameras aushaben. Okay, ich glaube, ihr müsstet aber alles sehen. Vielleicht vorab, hallo, ich bin Inga, ihr kennt mich vielleicht, ich bin auch hier im AStA aktiv und bei Fridays for Future in Hamburg und war zusammen mit auch noch ein paar anderen, die hier auch sind, also auch mit Flo, der hier moderiert, mit Eva, mit Annika, zusammen bei der Klimakonferenz in Glasgow im November. Und genau, ich würde einfach mal ein bisschen erzählen, wie wir das Ganze so wahrgenommen haben, wie ich das Ganze wahrgenommen habe und dann weiter darauf eingehen, was dann auch die Resultate bei dieser Klimakonferenz waren, was dabei rausgekommen ist und ja, was uns das alles aussagt, wenn wir gerade gehört haben, dass der IPCC sogar von den RegierungsvertreterInnen abgesegnet wird, dass sie das alle schon auch gesehen haben, was da drin steht und was da im Endeffekt dann aber im politischen Handeln bei rauskommt. Genau, dann starten wir mal. Und zwar war der Slogan der Klimakonferenz dieses Jahr Uniting the World to Tackle Climate Change, also die Welt vereinigen, um den Klimawandel anzugehen. Da spreche ich aus meiner Aktivistin die Sicht natürlich, dass es auch schon irgendwie bezeichnet ist, dass selbst die COP immer noch von Klimawandel spricht und noch kein anderes Framing für dieses Wort gefunden hat, aber das ist vielleicht auch noch meine eigene Ansichtssache. Genau, vielleicht erst mal ein paar Fakten. Also die COP26 war die 26. UN-Welt-Klimakonferenz, hätte das gedacht. Sie fand statt vom 31.10. bis zum 12.11. in Glasgow, in Schottland und eigentlich sollte die schon letztes Jahr dort stattfinden, 2020, aber aufgrund der Pandemie ist sie ausgefallen. Da wurde auch nicht viel über ein digitales Treffen gesprochen, sondern da hat man es einfach ins nächste Jahr verlegt. Außerdem war das 16. Treffen des Kyoto-Protokolls und das 5. Treffen nach dem Pariser Klima-Abkommen. Gut, ich glaube gerade, genau, jede COP wird immer in einer Partnerschaft mit einem anderen Land veranstaltet. Dieses Jahr war das zusammen mit Italien und zu jeder COP wird ein Präsident oder eine Präsidentin gewählt, meistens eine der Regierungsvertreter oder genau des jeweiligen Gastlandes. Diesmal war es Alok Sharma, der auch Staatssekretär für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie ist und es gab dieses Jahr ca. 25.000 Teilnehmende. Ich habe da Unterschiedliches gehört von weniger als sonst bis so viele wie noch nie. Ich bin mir da selber nicht so ganz sicher. Es waren auf jeden Fall eine Menge Leute, die dort waren. Und was vielleicht auch zu sagen ist, dass die Klimakonferenz wieder in Europa stattgefunden hat. Eigentlich sollten sich die Kontinente da abwechseln, aber aus unterschiedlichsten Gründen hat es diesmal wieder in Europa stattgefunden. Ja, jetzt will ich erst euch mal ein bisschen zeigen, wie die COP überhaupt von innen so aussieht. Dazu gibt es einen Lageplan, den habe ich auch von der Website der COP selbst geklaut. Und zwar, seht ihr meine Maus? Ich hoffe schon. Kommt man hier rein, im dunkelblauen Teil unten rechts und dort dieser orangene Ball, das ist der Action Hub. Da haben wir uns auch viel aufgehalten und genau, da verbringt man irgendwie seinen Tag. Da sind Tische, da ist WLAN und man kann da irgendwie rumsitzen, Sachen planen, da sitzen ganz viele Menschen an ihren Computern und planen ihre Dinge. Das ist vor allem der Raum für Menschen, die nicht der Regierung oder den Regierungen angehören. Wenn man dann hier weiter reingeht, kommt man zu einem Ort dort rechts, da sind ganz viele Pavillons der ganzen Länder ausgestellt. Also ganz viele Länder, nicht alle, haben dort einen eigenen Pavillon, wo die irgendwas von sich ausstellen können, wo die Regierungsvertreter innen des jeweiligen Landes auch auftauchen und so weiter. Das ist ganz interessant, weil die meisten Leute die Pavillons nur besuchen, weil es irgendwie an manchen bestimmten Pavillons freien Kaffee gibt. Den besten gab es in Australien. Genau, und es ist irgendwie ein sehr großes Greenwashing-Festival. Ich weiß nicht, ob ihr es zwischendurch mitbekommen habt, viele Aktivistinnen haben die COP auch als Coachella des Klimas beschrieben. Side-Fact an der Stelle, die Klimakonferenz wurde auch von Ikea gesponsert, also alle Möbel, die dort waren, sahen aus wie bei Ikea im Möbelhaus. Genau, dann die richtigen Verhandlungsräume, da wo es eigentlich, wo die Entscheidungen getroffen wurden, waren dann hier, also bei E und F. Dahinter ist noch der Pressebereich gewesen. Dort konnte man nur mit einer bestimmten Legitimation rein, das kam auch voll drauf an, welche Verhandlung da gerade war, was für ein Plannerreader stattgefunden hat und so weiter. Es gibt unterschiedliche Abstufungen, und das wisst ihr vielleicht noch von der Vorlesung von Stefan Eikuth im letzten Semester, von den Akkreditierungen, die man hat, also das ist quasi die Eintrittskarte. Wir waren als Observer, also als BeobachterInnen vor Ort, als Parteimitglied oder Regierungsvertreterin hast du da eine ganz andere Stellung natürlich und wir kamen auch nicht in jede Verhandlung rein, im Gegenteil. Genau, die Aktionen und Proteste, die innerhalb des Konferenzgebäudes stattfinden durften, durften hier vor allem stattfinden in diesem Action Hub. Das ist ganz interessant, bei der UN-Klimakonferenz ist die einzige Konferenz, wo wirklich auch Aktionen und Proteste erlaubt sind innerhalb des Gebäudes, das ist eigentlich ganz cool, aber da ist immer sehr genau bestimmt, was genau dort stattfinden darf. Du musst vorher genau sagen, wie viele Leute kommen, was du sagen wirst, du darfst keine Länder explizit ansprechen, du darfst keine Personen explizit ansprechen und so weiter, das zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen, was für Aktionen wir dann da trotzdem gemacht haben und was ganz interessant ist, ja, wir dürfen dort protestieren, aber wie ich gerade schon gesagt habe, die Verhandlungen haben hier stattgefunden und wir durften hier protestieren, das heißt, da sind ein paar Kilometer zwischen, also das Gebäude war riesig und man hat von hier bis hier bestimmt 10, 15 Minuten zu Fuß gebraucht, das heißt, wenn man protestieren wollte, haben die Leute, die man wirklich ansprechen wollte, nicht so viel davon mitbekommen. Gut, hier sind zwei Bilder, die ich gemacht habe vom Gebäude, wie das so aussieht, hier in diesem Grün war dieser Action Hub und dann hier waren die Pavillons drin, da wo die Erdkugel drauf projiziert ist, das sah ja immer an jedem Tag anders aus, wir waren hier bei Aktionen, von denen ich gleich noch erzählen werde, genau, das ist im Action Hub drin, da hängt eine große Erdkugel und es sieht alles ganz toll aus, man sieht hier vielleicht auch die Ikea-Möbel und da sitzen ganz viele Menschen an ihren Laptops oder besprechen sich in ihren Gruppen, wir haben uns da auch teilweise getroffen, wir waren ja nicht nur von Fridays for Future Hamburg da, sondern Fridays for Future Aktivistinnen aus der ganzen Welt waren vor Ort, leider natürlich viel mehr aus den europäischen Ländern, unter anderem, weil die Klimakonferenz halt in Europa stattgefunden hat, aber auch andere Gründe, die werde ich gleich noch benennen, aber auch ganz viele andere Aktivistinnen, also es ist auch nicht nur Fridays for Future, die da vertreten sind und wir kommen als Fridays for Future auch gar nicht da rein, sondern müssen uns über eine NGO, über eine eingetragene Organisation quasi darüber bewerben und darüber reinkommen. Eigentlich läuft das alles sehr über Kontakte und ist alles ein bisschen schwierig. Genau. Dann würde ich jetzt ein bisschen was von den Aktionen und Protesten, die wir gemacht haben, erzählen. Ich glaube nämlich, dass man sich das gar nicht so ganz vorstellen kann und wenn man die kleinen oder großen Freitagsdemonstrationen hier in Deutschland gewöhnt ist, dann ist das vor Ort nochmal ein bisschen was anderes. Ich habe ein paar Bilder von vielen der Aktionen einfach mal mitgebracht und würde es euch ein bisschen erzählen, wie das so ablief, was wir da so gemacht haben. Das war zum Beispiel an einem ersten Tag der Klimakonferenz, wo wir eine Aktion außerhalb des Gebäudes gemacht haben. Da waren viele der Klimaaktivisten, Greta war auch da, da kennt ihr vielleicht das Video, wo sie No More Blablabla gesagt hat, das ist da entstanden. Und diese Aktionen bestehen vor allem darin, dass die Aktivistinnen, die vor Ort sind, was nicht so viele sind im Vergleich zu so einer Großdemo oder so natürlich, die sind dort, vor allem die kannten Klimaaktivisten aus aller Welt und vor allem ganz, ganz wichtig, darüber werde ich gleich auch nochmal mehr sprechen, sind es die Aktivisten aus den meist betroffenen Ländern und Regionen. Wir bei Fridays for Future sagen dazu MAPA beziehungsweise die Menschen haben sich selbst so genannt und bezeichnen sich selbst so, das steht für Most Effective People and Areas. Und generell war die ganze COP davon bestimmt, zumindest in unserer aktivistischer Welt, dass vor allem MAPA-Personen sprechen können, dass MAPA-Personen in die Presse kommen, dass MAPA-Personen ihre Sicht auf die Klimakrise, ihre Erfahrungen teilen können und so weiter. Was total schwierig ist, weil diese Menschen teilweise zum ersten Mal in so einer europäischen Stadt wie Glasgow auftauchen beziehungsweise zum ersten Mal da sind und dann ganz viel Pressewimmel und was nicht eh schon total überfordernd ist, erfahren müssen und dann noch immer wieder ihre Erfahrungen mit der Klimakrise, mit Ungerechtigkeiten und so weiter erzählen müssen, damit wir in Europa oder im globalen Norden wirklich mal checken, was da eigentlich schon längst abgeht. Genau. Das war eine der Aktionen. Eine weitere war eine Pressekonferenz von Fridays for Future MAPA, wo MAPA-AktivistInn gesprochen haben, ganz viel Presse eingeladen haben und ihre Statements gegeben haben und Fragen beantwortet haben. Da im Hintergrund seht ihr wieder das Kopfgebäude. Dann gab es eine Aktion, wo so Buchstaben mit Lichterketten geschmückt wurden und End Climate Betrayal aufgeschrieben wurde und Fotos gemacht wurden und so weiter und wieder Statements gemacht wurden. Also viele der Aktionen bestanden darin, dass es irgendein fotowürdiges Momentum gab und dann Statements von MAPA-Personen gemacht wurden und die Presse halt vor Ort war. Vielleicht auch mal so aus meinem eigenen Gefühl war das immer ein bisschen komisch, weil man das Gefühl hatte, machen wir das gerade nur für die Presse und die ganze COP ist auch ein großes Presse-Event. Aber es ist total schwierig. Wie gesagt, die RegierungsvertreterInnen haben da ein bisschen was anderes zu tun und hören nicht unbedingt zu, während wir irgendwelche Proteste dort machen. Das Bild oder beziehungsweise das Handzeichen unten rechts ist übrigens ein Solidaritätszeichen. Das bedeutet in zum Beispiel philippinischer Gebärdensprache Solidarität. Vielleicht kennt ihr das ja auch schon von manchen Fridays for Future-Kanälen oder so. Genau, dann gab es eine Aktion, die nicht von MAPA gemacht wurde, sondern vor allem von Aktivisten aus der ganzen Welt, aber auch aus Deutschland. Da seht ihr zum Beispiel Eva, die ihr vielleicht auch von der Vorlesung kennt, zu Lützerath und zu Alle Dörfer Bleiben. Genau, das gelbe X ist das Symbol dieser Bewegung. Es geht darum, dass viele Dörfer in NRW wegen des Kohleabbaus komplett vernichtet werden und davon habt ihr bestimmt was mitbekommen. Wenn nicht, lohnt es sich, sich noch mehr zu informieren. Das würde ich jetzt hier nicht nochmal aufmachen. Und dann gab es am Freitag in der ersten Woche den großen Fridays for Future-Schulstreik mit mehreren Zehntausenden Aktivistinnen, die vor Ort waren. Genau, da wart ihr ja vielleicht auch schon mal bei einem dabei. Und am Tag danach gab es noch die große Bündnis-Demo der COP26-Colation. Das ist ein bisschen schade, dass das immer am Samstag ist, weil es ist quasi Tradition, dass an jedem ersten Samstag innerhalb dieser zwei Klimakonferenzwochen eine große Demonstration mit einem riesen Bündnis stattfindet. Und ich fand das sehr, sehr bestärkend und schön zu sehen, was für Organisationen sich da zusammengetan haben, was für Bewegungen sich da zusammengetan haben. Da war die ArbeiterInnenbewegung dabei, da war ganz viel Black Lives Matter, Flüchtlingsbewegungen und Organisationen, feministische Organisationen, Landwirtschaftsorganisationen, Fridays for Future war dabei, andere Klimagerechtigkeitsgruppen und so weiter. Und das irgendwie fand ich sehr, sehr schön. Und glaube ich, müssen wir auch noch mehr in Deutschland irgendwie dieses Momentum auffangen, dass wir halt unsere Kämpfe verbinden müssen. Genau, da waren auch über 100.000 Leute und das war sehr bewegend und das war so eine der stärksten Aktionen, würde ich sagen, innerhalb dieser zwei Wochen. Genau. Ja, dann gab es noch eine Aktion, Obama war nämlich auch bei der COP, wie ihr vielleicht mitbekommen habt und Obama war einer der RegierungsvertreterInnen, die 2009 versprochen haben, dass die reichen Industrienationen ab 2020 jährlich eine Milliarde, ne 100 Milliarden US-Dollar an die am meisten betroffenen Regionen zahlen, um irgendwie das wieder gut zu machen, was die Klimakrise dort schon angerichtet hat. Das ist bis jetzt immer noch nicht passiert. Wir haben jetzt 2021, es wurde noch eigentlich annähernd genug Geld wieder zurückgezahlt und dort haben dann mal ein paar AktivistInnen eine Aktion gemacht mit den Schildern Show us the money. Genau. Dann gab es jeden Tag bei der COP ein Thema und zum Beispiel in einem Tag gab es das Gender-Thema und wir haben mit unterschiedlichen Finta-AktivistInnen dort einfach nur ein Bild gemacht und so weiter. Wie gesagt, viele Aktionen bestanden vor allem aus Bildern und was auch noch dazu gesagt werden muss, ist vielleicht, dass diese Aktion zum Beispiel oder die davor innerhalb des COP-Gebäudes stattgefunden hat und wir da wie gesagt extrem begrenzt sind, was Aktionen angehen. Also eigentlich darf man auch keine Sprüche rufen, man darf höchstens ein Bild machen, man muss sehr genau aufpassen, was gesagt wird und so weiter. Es muss alles abgeklärt werden. Ansonsten, wenn man das nicht macht, geht das ganz schnell, man wird rausgeworfen und wird gedebatcht. Das sind diese Schilder, die hier oben hängen bei allen. Das verlierst du dann und du darfst dann auch in diesem Jahr mindestens nicht wieder rein, wahrscheinlich auch die Jahre danach und das Problem dabei ist auch noch, du bist ja nicht als Fridays for Future akkreditiert, sondern über eine Organisation. Wir waren zum Beispiel unter anderem über die Uni Hamburg akkreditiert, aber auch über die Naturfreunde oder Plan for the Planet, es gibt ganz, ganz viele Organisationen und sorry, ich habe gerade die Frage gelesen, kann ich gerne als Notiz aufnehmen und wenn du dein Batch verlierst, kann es gut sein, dass auch die Organisation, über die du akkreditiert bist, auch komplett ausgeschlossen wird. Das heißt, du bist nicht nur für dich selbst verantwortlich, sondern auch noch für die Organisation, über die du von das Privileg hattest, überhaupt reinzukommen. Genau. Dann gab es noch eine Aktion zum Verhandlungstext. Darauf gehe ich gleich nochmal ein, es war nämlich dieses Jahr das erste Jahr, dass in diesem Abschlusstext überhaupt das Wort Fossil Fuels drin stand, also zum allerersten Mal wurden fossile Energien als mitverantwortlich für die Klimakrise betitelt und benannt und anerkannt und da gab es eine Aktion dazu, weil es noch nicht ganz klar war, ob das so sein wird. Wir haben uns stark gemacht, dass es so ist und dass es trotzdem nicht genug ist, nur dieses Wort zu nennen, sondern dass da klare Maßnahmen folgen. Da erzähle ich gleich noch was zu. Und auch hier wieder ganz viele MAPA-Aktivistinnen, die da vor allem laut und stark waren. Und was ich vielleicht gerade auch nochmal sagen will, MAPA-Aktivistinnen sind nicht erst seit, also Fridays for Future hat sich vor drei Jahren gebildet. Wir haben heute Geburtstag, Happy Birthday an Fridays for Future. Heute gab es den ersten Streik in Deutschland, aber gerade MAPA-Aktivistinnen kämpfen schon seit Jahrzehnten für Klimagerechtigkeit, nicht nur für Klimagerechtigkeit, für Gerechtigkeit allgemein, für Dekolonialisierung, für das Anerkennen der kolonialen Verbrechen. Und ja, das sollte vielleicht an dieser Stelle noch gesagt werden, dass das ja schon einige Jahre geht und nicht erst seit es Fridays for Future gibt. Gut, dann gab es in der zweiten Woche eine Aktion von Fridays for Future Deutschland und wir haben an dem Tag nämlich im deutschen Pavillon, da seht ihr einmal mal so ein Pavillon als Beispiel, eine Aktion gemacht und wieder nur ein Foto gemacht. Wir haben Statements gemacht und auch Sprüche gerufen. Das war so halb erlaubt, aber wir haben keinen Stress bekommen, was vielleicht auch an unserem Privileg liegt, dort deutsch zu sein und haben quasi die COP mit den Koalitionsverhandlungen, die währenddessen stattgefunden haben, in Verbindung gesetzt und klar gesagt, so Deutschland hat eine unglaublich große Verantwortung, sowohl historisch als auch jetzt in der Gegenwart global als einer der größten Emittenten und die müssen dem nachkommen und Deutschland war sowieso nicht so gut vertreten vor Ort, es waren nicht viele Menschen von, also nicht so viele RegierungsvertreterInnen dort, weil die alle in den Koalitionsverhandlungen saßen, aber da muss klar sein, dass das auch miteinander gedacht werden muss und dass die Ergebnisse der COP auch in die Koalitionsverhandlungen reingehen müssen. Genau, dann gab es noch eine Aktion, übrigens ist nicht mal alle Aktionen, die ich euch hier zeige, sind nicht alle, also es gab noch mehr, man hatte ordentlich was zu tun, wenn man da war, wieder von MAPA geleitet, Polluters out, people in, ja, ich glaube, das erklärt sich von selbst, die Menschen, die dort verhandelt haben, die die Entscheidungen getroffen haben, waren überwiegend, weiße Menschen aus dem globalen Norden und haben über, nicht nur über die Zukunft aus den, von den Kindern im globalen Norden entschieden, sondern über die Gegenwart und auch die Vergangenheit von MAPA, von ganz vielen Menschen aus dem globalen Süden. Am letzten Tag der COP am Freitag gab es ein People's Plenary, das war das einzige Plenary, also die einzige Verhandlung quasi, wo AktivistInnen wirklich rein durften und selber sprechen durften. Das war auch von der COP-Coalition geplant und ich bin leider nicht mehr reingekommen, weil ich zu spät war, aber da waren über, ich glaube, über 400, 500 Leute in diesem Plenary-Saal und haben MAPA-AktivistInnen nochmal zugehört, die ihre Reden halten konnten. Da gibt es auch ganz viele Reden im Internet zu finden, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und danach sind wir mit noch mehr Menschen, alle, die auch nicht im Verhandlungssaal saßen, aber mitmachen wollten, aus dieser COP rausgelaufen. Ich habe ja ganz am Anfang gezeigt, wo die Verhandlungssäle waren und wir sind den kompletten Weg, die paar Minuten rausgelaufen, haben Sprüche gerufen. Ich glaube, wir waren über 1000 Leute und das war auch nochmal sehr, sehr bewegend und ja, bestärkend. Hier sind ganz viele Menschen in Anzügen, die da von Bilder gemacht haben, anstatt mitzulaufen. Genau, aber draußen gab es dann noch ganz viel Action und Reden und Gesänge und irgendwie, ja, das, was man sich irgendwie auch darunter vorstellt, wenn sich alle Klimagerechtigkeitsaktivisten aus der ganzen Welt an einem Ort versammeln. Und genau, das waren so die Aktionen, die ich jetzt irgendwie euch zeigen wollte. Jetzt kommt, ich habe immer mal wieder ein bisschen meine Kritik eingebracht, ich mache jetzt noch ein bisschen mehr Kritik, vielleicht vorab prinzipiell, die Idee einer UN-Klimakonferenz ist ziemlich, ziemlich gut, also zu sagen, hey, wir haben diese Klimakrise und lass mal die ganze Welt irgendwie vereinen, um das anzugehen, weil wir anerkennen, dass es ein globales Problem ist, dass es auch ein ungleich verteiltes Problem ist, also dass vor allem Menschen im globalen Norden dieses Problem verursacht haben und verursachen und vor allem Menschen im globalen Süden darunter leiden, das ist ja eigentlich total gut. Die Umsetzung ist nur ein bisschen schwierig. Die COP wurde als die inklusivste COP aller Zeiten geframed, vorab schon und auch währenddessen und ich würde einmal kurz erzählen, warum das meiner Meinung nach nicht stimmt. Zum einen wurde die Barrierefreiheit nicht gegeben, vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gab auch einen medialen Aufschrei, die Energieministerin Israels, El-Hara, kam nicht zu ihrer Verhandlung rein, weil sie im Rollstuhl sitzt und es keinen barrierenfreien Zugang gab und deswegen musste sie wieder nach Hause. Dann wurde ganz viel Rassismus reproduziert, Klimakolonialismus ausgeführt, weitergeführt. Die Entscheidungsmacht lag, wie gesagt, vor allem bei den mächtigen Industrienationen. Das ist ein riesiges globales Ungerechtigkeitsproblem, was sich natürlich bei so einem Zusammenschluss sehr, sehr stark sehen lässt. die Presse und der Redeanteil wurde vor allem dem globalen Norden zugesprochen. Greenwashing habe ich schon genannt in diesen ganzen Pavillons, aber auch sonst wurde überall irgendwie davon gesprochen. Wir haben zum Beispiel, ich habe sie sogar hier stehen, wir haben eine Flasche bekommen als Souvenir oder als was weiß ich nicht was. Da steht Refill and Reuse und ganz viel Individualkritik über Konsumskritik geleistet. Genau, also das Typische, was man vielleicht kennt, die Protestmöglichkeiten waren begrenzt, wie schon gesagt und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, es war unglaublich schwierig, zu dieser Cop zu kommen, gerade als MAPA-Aktivist, denn also die Anreise war für uns jetzt relativ easy vergleichsweise. Wir sind mit dem Zug gefahren über Köln, Brüssel, London und dann bis nach Glasgow. Das hat Zeit und Geld gekostet, aber vergleichsweise ziemlich easy. Wir mussten kein Visa beantragen, ganz viele Menschen haben einfach kein Visa bekommen, haben Visa-Anträge gestellt und es wurde nicht rechtzeitig ausgefüllt. Es gab eine Impfpflicht, das heißt, die Menschen, die dank der globalen Impfverteilung immer noch nicht geimpft waren, konnten nicht anreisen, wenn sie noch nicht geimpft waren, was selten darauf beruhte, dass sie sich nicht impfen lassen wollen, sondern dass sie sich nicht impfen lassen können. Und die Kosten waren halt einfach enorm. Es war vor Ort ein riesiges Problem, irgendwie schlafen zu können. Teilweise die Preise der Übernachtungsmöglichkeiten haben sich teilweise verzehnfacht. Wir hatten Glück, weil wir unser Airbnb schon im Mai gebucht hatten, schlau wie Eva und Floran, danke an dieser Stelle. Aber viele Menschen mussten dann zum Beispiel in Edinburgh schlafen oder irgendwo Couchsurf machen. Irgendwann haben die Bewohner in Glasgow angefangen, Human Hotels zu erstellen, dass man dort einfach schlafen konnte bei Menschen vor Ort, was total nett war. Das wurde aber nicht von der COP initiiert, sondern von der Zivilgesellschaft. Ja, das habe ich hier nicht mehr rausgesprochen, das kann ich jetzt gleich noch ergänzen. Über 60 Prozent der Gruppen und Organisationen, die normalerweise an der COP teilnehmen, waren diesmal nicht dabei, was auch an Corona liegt. Und das ist total gefährlich, weil das gerade die Menschen sind, die ja irgendwie kritisch sind, die irgendwie gucken, was da wirklich passiert und wie man das beeinflussen kann. Und das sind vor allem BIPOC und MAPA-Personen. Genau, das gehört zu dem Punkt, wer war nicht da, das habe ich gerade schon gesagt. Aber außerdem nicht da waren Länder und Nationen, die zu den größten CO2-Emitenten zählen, nämlich Brasilien, Saudi-Arabien, China und Russland, was ich auch an dieser Stelle so stehen lasse. Wer aber dafür da war, waren über 500 Delegierte von Unternehmen fossiler Energien, die die größte Delegation gegeben haben. Das heißt, unglaublich viele Vertreter von den Energien, die diese Klimakrise unglaublich mit verursachen, waren vor Ort und konnten Lobbyismus betreiben. Die Delegation dieser Unternehmen war größer als die ganzen Länder, die ich hier aufgeschrieben habe, zusammen. Also, meiner Meinung nach, ziemlich absurd. Es kam gerade irgendwie im Chat die Frage, was mir denn rassistisches Begegnet ist. Ich möchte da kurz direkt eingehen, dass mir natürlich nichts Rassistisches begegnet ist. Es gibt keinen Rassismus gegen weiße Menschen und das hier einmal an der Stelle klar zu machen. Gut, zu den Ergebnissen. Vielleicht vorab, ich bin keine Professorin oder irgendwas, Wissenschaftlerin, sondern studiere selber noch, aber das ist alle das, was ich so zusammenfinden konnte und vielleicht kann Dirk mich sonst berüchtigen, falls ich irgendwas Falsches sage, was das Inhaltliche und Naturwissenschaftliche angeht. Die 1,5 Grad Grenze wurde nochmal festgesetzt. Beim Pariser Klimaabkommen wurde das Ziel gesetzt, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad, wenn möglich, auf 1,5 Grad zu grenzen. Jetzt wurde klar als Ziel gesetzt, wir wollen wirklich bei 1,5 Grad bleiben. Was auch nochmal interessant ist, hier steht an, Anmerkung von mir, von moi, dass 1,5 Grad ganz oft als Ziel bezeichnet wird, was aber total irreführend ist, weil 1,5 Grad ein letzter Kompromiss sind. Also wir sind jetzt schon in einer 1,1 bis 1,2 Grad wärmeren Welt und merken ja langsam schon auch hier im globalen Norden die Auswirkungen. Die Auswirkungen im globalen Süden sind aber unbeschreiblich und deswegen ist 1,5 Grad kein Ziel, sondern eine Grenze, die wir auf keinen Fall überschreiten sollen. Genau, das wurde als Grenze, als Ziel festgesetzt. Die klaren Maßnahmen fehlen allerdings noch. Dann ein großer Punkt, der wie gesagt auch schon benannt wurde. Erstmals stand im Abschlusstext, dass fossile Energien Hauptverursacher der Klimakrise sind und wir aus diesen aussteigen müssen. Allerdings wurde im letzten Moment im Vertragstext noch die Formulierung geändert von Face-out, also zum Ausstieg, zu Face-down, also zum Herunterfahren. Das kann alles zwischen 0,1 Prozent bis 50 Prozent sein, was vor allem von China und Indien bedeutet und die Maßnahme auf jeden Fall klar verharmlost. Außerdem wurde gesagt, dass ineffiziente Subventionen in fossilen Energien reduziert werden sollen. Es wurde aber überhaupt nicht erklärt, was denn genau ineffiziente Subventionen sind oder was nicht. Also auch alles sehr schwammig. Dann wurde nochmal über die finanzielle Unterstützung des globalen Südens gesprochen. Das hatte ich gerade schon erwähnt über das Versprechen, ab 2020 100 Milliarden US-Dollar jährlich an betroffene Länder zu zahlen. Das wurde nochmal besprochen. Es wurde auch gesagt, dass die Gelder von nun an verdoppelt werden sollen. Es gab aber keine feste Verpflichtung und es gibt auch keine Sanktionen, wenn das nicht passiert, wie es ja gerade auch schon der Fall ist. Es ist unklar, woher dieses Geld überhaupt genommen werden soll. Und es gab auch keine Verankerung des Themas Lost and Damage, wozu wir auch im Januar nochmal einen richtig interessanten von E-Mail-et-Wen hören werden. Also kommt da auf jeden Fall nochmal vorbei, um zu hören, was genau das ist. Und das ist eine der Kernforderungen von MAPA-Aktivistinnen gewesen, die da komplett außer Acht gelassen wurde. Dann, seit dem Friser Klimaabkommen 2015 sollte ein Regelbuch entstehen, was jetzt dieses Jahr zum ersten Mal wirklich festgelegt wurde. Darunter, darüber wurde diskutiert, ob es in einem Zehnjahresrhythmus oder in einem Fünfjahresrhythmus passieren soll, dass alle Länder ihre Berichterstattung über die Einhaltung oder Nicht-Einhaltung ihrer Ziele sprechen. Es wurde sich jetzt auf fünf Jahre geeinigt und dazu ermutigt, das auch jährlich nachzujustieren, auch nicht festgeschrieben. Außerdem wurde der umstrittene Artikel 6 festgesetzt, der besagt, dass reiche Staaten ärmere Länder unterstützen sollen, die Klimaschutzmaßnahmen finanzieren sollen, aber sich die damit eingesparten Emissionen gut schreiben können, was natürlich auch wieder berechtigterweise sehr umstritten ist. Dann, dazu hatten wir vor zwei Wochen in der Vorlesung zu den Wäldern auch einmal kurz in Frage gehabt, haben über 140 Staaten sich dazu ausgesprochen, die Entwaltung zu bekämpfen und das Ende illegaler Abholzung bis 2030 einzuleiten, darunter auch Brasilien, Indonesien und andere Regenwaldnations von Afrika, was an sich eigentlich auf jeden Fall ein gutes Ziel ist. Es soll eine Milliarde Euro oder Dollar für indigene Gemeinschaften versprochen werden, aber auch das ist eher eine Absichtserklärung anstatt eine wirklich festgesetzte Maßnahme. Genau, es gibt die Methanreduktion, was auch viel in den Medien war, vielleicht habt ihr das mitbekommen, Methan ist ja deutlich aggressiver als CO2 und ist damit bekannt als eine der Schnelllösungen, das war auch Thema des IPCC-Reports, von dem Dirk ja gerade erzählt hat, in mehr als 100 Länder haben sich dazu entschlossen, bis 2030 ihre Methanemissionen um 30% zu reduzieren im Vergleich zu 2020, dabei waren vor allem auch die EU und USA, China, Russland und Indien waren aber nicht dabei und die Methanausstöße durch die Tierhaltung zum Beispiel wurden dabei auch nicht mit einbeschlossen und genau dann ich bin bald durch mit den Maßnahmen wurden beziehungsweise mit den gesetzten Zielen die Subventionen von fossilen Energien im Ausland sollen zurückgezogen werden beziehungsweise beendet werden dazu haben sich so 20 Länder verpflichtet bis Ende 2022 also Ende nächsten Jahres ist aber nicht ganz klar was es bedeutet und was mit den Subventionen im Inland ist wurde nicht gesprochen Deutschland ist verspätet dazu gekommen die wollten erst nochmal abklären ob man Ausnahmen machen kann zum Beispiel in der Gasinfrastruktur was ich jetzt auch einmal so stehen lasse und es gab den Verbrenner Ausstieg der auch irgendwo abgefeiert wurde aber in vielen Punkten gar nicht sowas Neues ist denn die Länder und die Autohersteller die daran mitarbeiten oder sich dazu mitverpflichtet haben haben meistens alle schon längst sich dafür ausgesprochen weniger fossile Technologien zu nutzen oder zu fördern genau ihr könnt hier sehen welche Länder alle dabei waren die Länder sind alle nicht so führend in der Automobilindustrie nicht so wie USA Deutschland China Japan die alle sehr führend sind die haben da alle nicht mit unterschrieben und genauso auch die führenden viele der führenden Automobilindustrien wie VW Toyota und Renault Nissan genau also ich habe jetzt ganz viel Inhaltliches erzählt was da besprochen wurde und wird jetzt auch langsam zum Ende kommen damit wir noch ein bisschen diskutieren können aber noch ein kurz Ende was bedeutet das jetzt für uns und für euch die mir gerade zugehört haben die 1,5 Grad Grenze und Klimagerechtigkeit sind nicht in Sicht wenn man die Ergebnisse der COP anguckt es wurde tatsächlich auf 1,5 Grad beschlossen und nochmal dafür plädiert wirklich nicht darüber zu hinaus zu gehen doch wenn man dem Climate Action Tracker glaubt dann sind die gesetzten Ziele der COP sind der perfekte Weg um auf eine 2,4 Grad wärmere Welt zu kommen wenn diese Ziele so eingehalten werden wie bisher geplant das ist halt einfach ein Grad mehr als sie sich selbst zum Ziel gesetzt haben bis 2100 wenn die Ziele nicht eingehalten werden sondern das weiter so ungefähr politisch umgesetzt wird wie bisher dann kommen wir sogar auf 2,7 Grad genau was außerdem noch gesagt werden muss die COP hat unglaublich viele Stimmen von MAPA und indigenen Menschen ausgeschlossen nicht gehört und es gab ganz viele leere Worte Versprechungen aber kaum klare Maßnahmen und Sanktionen und das ist angesichts der Krise in der wir sind meiner Meinung nach oder der Meinung nach von Fridays for Future unglaublich ignorant und gefährlich vor allem es braucht also den Druck der Bevölkerung es braucht den Druck von uns und da möchte ich euch jetzt als Aktivistin von Fridays for Future ein bisschen dazu mobilisieren mit auf die Straße zu kommen euch mit zu engagieren und irgendwie euren Teil dazu beizutragen und da geht es nicht um wie gesagt was ich gerade schon gesagt habe individuelle Konsumkritik sondern darum dass wir den Druck der Straße erzeugen müssen den Druck der Zivilgesellschaft damit politische Entscheidungen endlich getroffen werden wir sehen ja auch jetzt schon dass es für unglaubliche Erfolge gibt und da muss man auch noch mal irgendwie darauf sich wir müssen uns da unsere Privilegien bewusst werden dass wir in Deutschland wie im globalen Norden die Möglichkeit haben solche Großstreiks zu organisieren so auf die Straße zu gehen unsere Meinung so äußern zu können Druck auszuüben das ist in vielen Ländern nicht der Fall und in Ländern die jetzt schon so davon betroffen sind erst recht wenn diese Länder nicht nur ihre eigenen Regierungen erreichen müssen sondern die Regierung im globalen Norden und da müssen wir unsere Privilegien nutzen und meiner Meinung nach von Fridays for Future auf die Straße gehen es geht nämlich nicht nur um unsere Zukunft wie wir am Anfang von Fridays for Future immer wieder gesagt haben sondern vor allem auch um die Gegenwart von Millionen von Menschen genau ich glaube es funktioniert nicht ich hatte hier eigentlich noch ein Video eingefügt von Vanessa Nakate die habt ihr auch vielleicht in der letzten Vorlesung einmal gehört eine organische Klimagerechtigkeitsaktivistin guckt euch auf jeden Fall Reden und Videos von MAPA-Aktivistin an es tut mir leid dass das jetzt hier nicht funktioniert oder es funktioniert vielleicht auch okay es funktioniert wahrscheinlich nicht wir lassen das mal aber was ich euch noch empfehlen wollte sind Follow-Empfehlungen auf Instagram falls Leute von euch auf Instagram sind sind hier ganz ganz viele ja Accounts irgendwie verlinkt von MAPA-Aktivistin von Organisationen aus dem globalen Süden aus betroffenen Regionen es lohnt sich sehr da mal vorbeizuschauen und einfach ich habe jetzt trotzdem aus meiner weißen privilegierten Sicht das alles erzählt es lohnt sich da sehr und es ist absolut notwendig da auch noch mal eine andere Sichtweise und Perspektive reinzubekommen deswegen ja schaut da gerne mal vorbei und hört den Menschen selbst zu genau ansonsten war es das von mir ich weiß nicht ob Flo sich wieder einschalten will und Dirk auch genau vielen Dank dass ihr zugehört habt es war sehr komisch einen Vortrag zu halten damit ihr eure Leistungspunkte bekommt und nicht ich selber aber ja war schön Flo du kannst es wieder übernehmen vielen lieben Dank euch beiden für diese spannenden Impulse es sind reichlich Fragen zusammengekommen und ich gebe mir jetzt beste Mühe die zu sortieren beziehungsweise sind sie schon ein bisschen sortiert aber da jetzt einen sinnvollen Faden durchzuführen ich glaube womit ich ja nicht gerne starten würde Inga hat da gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen ich finde das auch ganz spannend das einmal Dirk in deine Richtung zu fragen es kam nämlich die Frage auf wie fühlt man sich quasi vor so einer Kopf also was sind so Erwartungshaltungen die man irgendwie daran setzen kann wie fühlt man sich dann während so einer Kopf und vor allem auch danach Dirk du hast ja selber auch schon die ein oder andere Klimakonferenz begleitet und ich glaube man kann natürlich zweifelsohne sagen dass es irgendwie Fortschritte gibt so in diesem diplomatischen Kosmos insbesondere natürlich wenn man sich das Pariser Abkommen anschaut was so ein diplomatisches Meisterwerk natürlich ist in dieser Welt gesprochen gleichzeitig bleibt aber natürlich die Frage welchen Impact haben diese Konferenzen wie siehst du das quasi so natürlich aus deiner wissenschaftlichen Perspektive aber auch einfach persönlich mitgenommen natürlich auch von einer eskalierenden Klimakrise und der Gewissheit dass sich so das Möglichkeitsfenster schließt mit der Zeit ja ich glaube ich sehe das relativ differenziert ich möchte vielleicht einmal mit dem positiven anfangen wenn man sich einfach vorstellen würde es gäbe diese Cops nicht dann würde gar nichts passieren dann würde man so vor sich hin ab und zu würde ein Land mal irgendwas machen aber es gäbe viel viel weniger scheinwerferlich darauf was einzelne Regierungen machen oder nicht machen es gäbe das Pariser Klimaabkommen nicht es gäbe kein international verbindliches 2 Grad oder inzwischen 1,5 Grad Ziel es gäbe eigentlich wenig von Substanz wo man Leute darauf festnageln kann also von daher wenn man in die Vergangenheit schaut und schaut was es eigentlich alles inzwischen gibt es gäbe die ganzen Selbstverpflichtungen der Länder möglicherweise nicht dann ist es alles nach wie vor viel weniger als es bräuchte um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen aber es ist viel 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 mehr als wir hätten ohne diese COPs und ich glaube dass das meine Einschätzung auch insgesamt ist wenn man aus der Wissenschaft kommt oder aus der Aktivismus Szene natürlich will man immer mehr oder nicht natürlich aber häufig will man mehr als das was erreicht wird wenn man möglicherweise in erdöl exportierendes Land ist möchte man das eigentlich viel viel weniger passiert und die Bevölkerung Gott möchte vielleicht auch das viel viel weniger passiert und am Ende geht es halt darum dass man es irgendwie schafft möglichst die ganze Welt mitzunehmen und vielleicht auch nach meiner Erfahrung jetzt wie das bei den IPCC Verhandlungen gelaufen ist was es wirklich bedeutet diplomatisch auszuhandeln dass alle Länder sich irgendwie mitgenommen fühlen das geht nur über Kompromisse und ich finde es völlig in Ordnung dass man auch diese Kompromisse dahinter kritisiert aber ich bin dankbar dass es diese Kompromisse gibt im Vergleich zu es gäbe gar nichts das ist vielleicht meine ja sehr ausgeglichene Einordnung dessen wie ich COPS wahrnehme ich nehme sie während ich da bin immer unglaublich spannend da weil man extrem viele spannende Leute trifft ich selbst das immer sehr sehr faszinierend und toll finde wen man da trifft was für Gespräche man dort führen kann also von daher auch auf einer persönlichen Ebene ist es unglaublich bereichernd dass es diese Klimakonferenzen gibt weil da einfach eine Mischung aus Menschen zusammenkommt die ich selbst unglaublich spannend finde Inga willst du dazu auch gerne nochmal einhaken weil die Frage ja ursprünglich quasi auch an dich gerichtet war ja klar kann ich gerne machen also insgesamt aus der Sicht würde ich dir auch total zustimmen also es ist auf jeden Fall alles besser als nichts gleichzeitig also für mich war das ja die erste COP und die Frage war auch ein bisschen wie man sich damit gefühlt hat glaube ich und ich fand es alles extrem überfordernd und war danach auch erstmal ein paar Wochen platt und man kann irgendwie so gar nicht also es ist ja schon dass man ist am politischen Geschehen sehr nah dran und gleichzeitig hat man das Gefühl dass man immer noch sehr weit entfernt irgendwie aber das ist vielleicht auch die unterschiedliche Sichtweise gerade als Aktivistin vor Ort zu sein ja ich glaube ich kann da Dirk auf jeden Fall in dem Punkt zustimmen dass es unglaublich bereichernd war gerade so viele Aktivistinnen aus der ganzen Welt kennenzulernen und vor allem also passiert also passiert quasi auch nichts für diese Menschen ich glaube für uns passiert irgendwie was im globalen Norden aber es betrifft ja uns alle und gerade weil wir so dafür verantwortlich sind betrifft es manche Menschen viel viel mehr als andere und deswegen habe ich die COP als bereichernd wahrgenommen und ich bin froh da gewesen zu sein insgesamt aber sehr frustrierend und irgendwie kräftezehrend und ja auch ein bisschen niederschmettern und das aus also wie gesagt aus meiner Perspektive ich glaube da haben sich Menschen also haben sich mal bei Aktivisten nochmal ganz anders gefühlt ja danke euch für die Ausführung ich glaube was man natürlich nochmal so ein bisschen abgrenzen muss wahrscheinlich da kommt so das Thema Kipppunkte nämlich gleich rein also die als Aktivistin ist man ja quasi nicht als Interessensvertretung für irgendwie eine Gruppe da sondern eigentlich für alle also auch für die ölfördernden Staaten und die Menschen die da leben und auch die Regierung das sind ja auch Menschen die werden natürlich quasi sich so im Elfenbeinturm individuell im Zweifel also die Regierenden dann vielleicht individuell flüchten können aber grundsätzlich gilt es natürlich systemische Veränderungen des ganzen Erdklimas einzudämmen zu verhindern können wir glaube ich gar nicht sagen es kamen natürlich auch zahlreiche Fragen zum Bericht selber beziehungsweise auch zu den Klimazukünften die ja da im Bericht stehen vielleicht einmal vorneweg da gab es nämlich nochmal so konkret die Frage inwiefern ist denn in so einem Bericht also was wird denn da am Ende ausgearbeitet gibt es da eher deskriptive Ausführungen quasi über bestimmte klimatische und geologische Bedingungen des Ist-Zustandes oder eben auch Prognosen und oder Handlungsempfehlungen vielleicht kannst du da einmal kurz was zu sagen das kann ich ganz kurz machen weil die Richtschnur das Mantra was bei allem was wir schreiben uns immer wieder im Hinterkopf rumspuckt ist das alles was wir schreiben politikrelevant sein sollte aber nicht politikpreskriptiv also nicht der Politik irgendwas vorschreiben darf weshalb wir zum Beispiel auch keine Handlungsempfehlungen geben wir sagen wenn ihr das macht wird das passieren wenn ihr das macht wird das passieren Punkt und politikrelevant heißt dass wir jetzt nicht die irgendwelche obskuren Teile von Klimaforschung dort groß ausführen die möglicherweise keine Relevanz haben sondern halt Dinge relevant werden insofern als sie zum Beispiel uns Argumente dafür liefern warum es wahrscheinlich doch sinnvoll wäre ein anderthalb Grad Ziel einzuhalten sodass Regierungen hinterher eine Abwägung machen können zwischen verschiedenen Interessen zwischen den Interessen was bedeutet es zum Beispiel das Klima zu schützen so gut es irgend geht im Verhältnis dazu was das für das Land selbst an wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten möglicherweise bedeutet und im Prinzip um diese Abwägung zu ermöglichen dafür schreiben wir diese Berichte und das ja auch mit letztendlich durchschlagendem Erfolg auf die Politik denn so der insbesondere glaube ich so in meiner Wahrnehmung der Sonderbericht zu den 1,5 Grad der hat natürlich am Ende massiv dafür gesorgt dass die zunächst noch irgendwie ja relativ schwammig klingende Formulierung im Pariser Abkommen well below under two degree und dann aber irgendwie im besten Fall doch 1,5 Grad dass sich da doch viele Regierungen inzwischen sehr eins sind dass wir bei 1,5 Grad landen sollten so waren es zumindest ja auch eben alle Parteien die mit diesem Versprechen in den Wahlkampf gegangen sind jetzt zeigt ja der neue Bericht glaube ich wenn ich es richtig im Kopf habe so ein Szenario auf wie wir bei Klimamodellierung gerade sind in dem wir das auch tatsächlich gut schaffen bei 1,5 Grad zu bleiben dafür müssen müsste der Emissionspeak aber glaube ich sehr bald erreicht sein und das finde ich auch immer das haben wir glaube ich letztes Jahr in der Vorlesung auf jeden Fall gehabt dieses Diagramm nämlich in der Vorlesung von Stefan Eikuth Erfolge der Klimakonferenzen und parallel dazu ja die steigenden Emissionen und natürlich auch die steigende Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre jetzt will ich noch mal einmal weil wir dich hier natürlich auch als Gletscher und Kryosphären-Experten da haben bezüglich der Kipppunkte einmal ein bisschen aushorchen was ist denn da ganz in drei Minuten gesprochen quasi der Stand der Wissenschaft was wissen wir da zu den den Kipppunkten von Eisschilden Gletschern etc. Da wissen wir dass es sie gibt mit Sicherheit das Problem ist und das war auch in der Kommunikation eine riesige Herausforderung dass wir nicht wissen bei welcher Erwerbung sie überschritten werden und welche Konsequenzen das dann konkret haben wird das war eine ganz große Neuerung im jetzigen IPCC-Bericht dass wir explizit einmal auch was den Meeresspiegel zum Beispiel angeht die Auswirkungen von diesen Kipppunkten in einer sogenannten High-End Sea-Level Storyline-Box ausgeführt haben die wir sozusagen losgelöst haben vom restlichen Teil des Textes weil die Methoden die wir benutzt haben um das auszuführen halt andere waren als die die wir benutzt haben um zu wirklich zu quantifizieren von den Prozessen die wir richtig gut verstehen was passieren wird und in dieser sozusagen dessen was möglich was wir nicht ausschließen können das ist sozusagen das erste Mal dass wir sowas jetzt reinschreiben dass wir sagen wir können nicht ausschließen dass der Meeresspiegel zum Beispiel bis 2150 um 3-4 Meter steigt das ist extrem unwahrscheinlich aber das können wir nicht ausschließen und das hängt mit diesen Kipppunkten zusammen bis wir nicht genau wissen wann die überschritten werden was da die die Schwellenwerte für sind okay ich dachte die Antwort das ist ja ein bisschen länger das ist ja ein bisschen länger das ist ja ein bisschen länger das ist ja drei Minuten habe ich versucht ja ja das war das war sehr sehr on point gar keine Frage ja die Frage die sich natürlich stellt ist am Ende irgendwie ja auch eine wahrscheinlich mehr politikwissenschaftliche wie funktioniert Governance quasi in so einem System aber vielleicht kannst du oder könnt ihr beide auch gerne irgendwie euren Eindruck ein bisschen schildern inwiefern nimmt das ganze Fahrt auf quasi auch und inwiefern dann quasi auch aus der geophysikalischen Sicht gesprochen kriegen wir oder ist es absehbar dass wir eben noch die die Kurve gut bekommen und uns nicht quasi aus dem stabilen Klimazustand auf unbestimmte Zeit verabschieden also wie nimmst du das quasi war so jetzt vielleicht auch gerade der Zeitraum zwischen Paris und diesem Jahr ich glaube was ich würde glaube ich nicht unterschreiben wir bekommen die Kurve gut ich würde aber auch nicht unterschreiben dass wir jetzt dabei sind den stabilen Klimabereich komplett zu verlassen ich finde auch das war eine der ganz zentralen Aussagen im IPCC Bericht dass es wirklich darum geht jedes Zehntel zusätzliche Erwärmung zu verhindern egal wie stark die Erwärmung schon ist dass auch wenn wir dann irgendwann die 1,5 Grad leider aller Voraussicht nach im Jahrzehnt oder so überschritten haben werden und dann bei 1,6 1,7 1,8 es macht überhaupt keinen Unterschied es gibt zu jedem Zeitpunkt absolut Sinn zu versuchen jedes Zehntel zusätzliche Erwärmung zu verhindern und das ist für mich eigentlich ein ganz ganz zentrales Ergebnis des IPCC Berichts auch dass es nicht so ein Gefühl von jetzt ist es zu spät gibt es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer mit jedem Zehntel Grad mehr und das ist bei 1,5 Grad so das ist aber auch bei 2,4 Grad noch so und darum bleibt es jederzeit relevant zu versuchen das zu verlangsamen die Klimaerwärmung und es wird halt einfach schlimmer und schlimmer je wärmer es wird wobei man ja schon bei den Kipppunkten man kann es halt am Ende nicht so 1 zu 1 sagen aber ja aber auch bei den Kipppunkten ist es halt so dass jetzt nicht der ganze antarktische Eisschild auf einmal einen Kipppunkt überschreitet sondern es wird dann den ersten Gletscher geben der dann vielleicht einen Meter Meeresspiegelanstieg gibt dann wird es bei ein paar mehr Grad Erwärmung den zweiten Gletscher geben also auch diese Kipppunkte die dann in einzelnen Regionen aktiv werden haben für die ist es auch sinnvoll dass man die Klimaerwärmung sozusagen einhegt und das sind auch dann Prozesse die relativ langsam ablaufen die auch dann alle nicht schön sind die man wirklich dann auch nicht mehr stoppen kann dass wir wirklich jetzt in den nächsten Jahrzehnten festlegen wie der Meeresspiegel die nächsten Jahrhunderte wirklich ansteigen wird das ist glaube ich in den meisten Köpfen nicht angekommen dass wir das wirklich gerade jetzt festlegen was über Jahrhunderte passieren wird aber auch da ist es halt so dass es nicht irgendwie jetzt plötzlich durch den Meeresspiegelanstieg die ganze Welt oder gehen wird sondern es ist es wird schlimmer und schlimmer und darum bleibt es einfach relevant das 1,5 Grad Ziel ist auch schlimmer als ein 1,5 Grad Ziel auch jetzt ist es schon nicht mehr die Welt die wir seit 100.000 Jahren hatten es ist wärmer als seit 100.000 Jahren jemals war mit entsprechenden Wetterextremen von daher ist das 1,5 Grad Ziel politisch extrem hilfreich aber es ist sozusagen naturwissenschaftlich nicht magisch würde ich sagen okay ja danke dir für die Einschätzung wir sind jetzt gerade quasi mit der Zeit durch ich gucke mal ganz schnell ob wir hier noch eine gute abschließende Frage haben es gab natürlich super viele Fragen auch zum Auswahlprozess und dem ganzen Weg quasi hin zu so einem Bericht vielleicht schieben wir das doch nochmal fix ein so wie kann man sich das vorstellen also du sagst sprachst davon vorhin dass ihr im Grunde zwei Telefonkonferenzen pro Woche eigentlich über viele Monate Jahre hinweg quasi in dem Team hattet das ist dann ein konstantes Team auch denke ich das ist das Kapitel das Kapitel Team das dann zusammenarbeitet genau dann die Fragen wie groß ist das Team wie funktioniert es denn tatsächlich dass dann so viele Leute zusammenschreiben also teilt man sich das dann nochmal in kleinere Grüppchen auf oder schreiben alle fröhlich in ein Dokument welche Probleme kommen dabei so auf und vor allem auch vielleicht wie hat sich das Arbeiten dann während Corona verändert man schreibt natürlich sowieso vom ganzen Globus aus aber ich denke so physische Treffen sind natürlich auch sehr wichtig dann dazwischen genau ich glaube es hat sich aber durch Corona halt insofern verändert als einfach Videokonferenzen normal wurden das hat wirklich extrem vieles vereinfacht ich glaube nicht dass man das sonst so entspannt gemacht hätte war halt einfach so von der Dynamik ist es so dass wirklich in jedem Kapitel natürlich dann Unterabschnitte sind bei uns ist es zum Beispiel Eisschilde Meeresspiegel Gletscher Meereis Ozeane sodass unser Team von vielleicht 15 Leuten dann runtergebrochen wurde auf 1 bis 4 Leute die dann an einem Thema zusammengearbeitet haben aber es trotzdem so ist das hinterher das gesamte Kapitel für alles stehen musste und gerade stehen musste was in dem Kapitel steht man steht als Autor vorne mit drauf das heißt man hat auch Verantwortung für das was grundsätzlich in dem ganzen Kapitel passiert sodass wir dann auch sehr intensive Diskussionen hatten wie wir jetzt ein einzelnes Paper einordnen sollten dass das was anderes zeigt als alle anderen was dann halt aufbereitet wurde von den Expertinnen und Experten bei uns im Kapitel aber die dann halt versucht haben uns andere zu überzeugen warum sie Sachen so machen wie sie sie machen und dass wir dann halt es gibt für jeden abständlich ein Kernteam von 2-3 Leuten aber das ganze Kapitel wird eigentlich jederzeit mitgenommen okay ich habe noch eine kleine Frage und dann runde ich nochmal ab und gebe an euch beide jetzt habe ich sie verloren hier wie ist das denn quasi so das klingt ja alles super zeitintensiv und das ist ja auch total sinnvoll dass das so ist aber wie funktioniert das denn quasi neben der normalen Forschungstätigkeit neben dem normalen Job wird man dafür quasi so ein bisschen freigestellt vom Arbeitgeber wird man dafür eigentlich nicht bezahlt wenn du das verraten magst war auch die Frage es ist einfach Ehre und Ruhm die man da es ist Ehre und Ruhm und man macht halt einfach dann andere Sachen nicht die man ansonsten machen würde man schreibt halt deutlich weniger Paper wahrscheinlich in dem Zeitraum nimmt vielleicht ein paar weniger Masterarbeiten an und hat deutlich weniger Freizeit deutlich weniger Wochenenden deutlich weniger Nächte zum Beispiel auch diese Verhandlung mit den Entscheidungsträgern die fing dann halt in europäischer Zeit dann teilweise um 10 Uhr abends an und ging dann halt bis 8 Uhr morgens und dann war man halt einfach dann dabei also auch das ist halt von den Zeitzonen man hat eigentlich entwickelt dann auch teilweise seltsame Schlafrhythmen weil es einfach ja es ist extrem intensiv aber es bringt unglaublich Spaß und auch dieser Zusammenhalt in dem Kapitel in den Teams einfach unglaublich drin das kann ich mir vorstellen gut dann vielleicht dazu ich glaube was ich halt wirklich so beeindruckend finde ist wie für mich das einfach immer wieder zeigt die Wissenschaft wie eigentlich eine Weltgemeinschaft funktioniert dass halt die Herkunft Rasse Hautfarbe Religion das spielt überhaupt keine Rolle bei den Diskussionen man nimmt sich einfach gegenseitig als Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt da und arbeitet zusammen an einem großen Bericht wo die gesamte Weltwissenschaft einfach hintersteht und das ist einfach auch so von der Erfahrung dessen wie das funktioniert in der Wissenschaft als Vorbild davon wie eigentlich die Menschheit funktionieren könnte auch immer extrem bereichernd Das kann ich mir vorstellen ich habe nur wenig natürlich bislang in internationalen Teams zusammenarbeiten können aber auch wenn bei einer Bachelor-Arbeitsphase ist es immer super bereichernd wenn dann viele Leute aus den verschiedensten Ecken einfach zusammenkommen so wir haben jetzt hier eine sehr große sehr offene Abschlussfrage die gerade nochmal über den Chat reinkam und zwar glaubt ihr ob das quasi das 1,5 Grad Ziel oder die 1,5 Grad Grenze mit ich habe es falsch verstanden ich dachte mit der Regierung eingehalten werden kann also wir haben jetzt ja quasi auch wieder die große Möglichkeit einfach mit einer frischen Regierung neuen neuen Taten umzusetzen und viele Versprechungen sind passiert im letzten halben Jahr und irgendwie natürlich auch von der Straße erkämpft worden was muss da so ein bisschen in nächster Zeit passieren quasi aktivistisch aber natürlich auch also kriegt es so eine Regierung auf die Kette 1,5 Grad konforme Politik zu machen wo sind die Pläne der Regierung und euch beide ja ich glaube das das Problem ist glaube ich dass die Regierung alleine halt keine Politik gegen breite Teile der Bevölkerung machen kann und ich darum manchmal ein bisschen meine Zweifel habe wenn ich mir angucke was halt in Realität passiert wo zum Beispiel bei Umfragen alle sagen finde ich super dass man Klimaschutz macht aber ich bin garantiert nicht bereit sieben Liter mehr oder zehn Cent mehr für ein Liter Benzin zu bezahlen wo ich einfach auch immer nur denke dass einfach den vielen Menschen einfach nicht klar ist was die Auswirkungen der Klimakrise des Klimawandels kosten dass zum Beispiel dieses Hochwasserereignis in der Eifel jetzt im Sommer wenn man das was an Steuermeldern da bisher reingeflossen ist auch die Bevölkerung umlegt hat jede und jeder von uns 300 Euro bezahlt jetzt dieses Jahr für dieses eine Einzelereignis also wenn man es auf eine vierköpfige Familie umlegt dann haben die 1200 Euro dafür bezahlt dass es dieses eine Einzelereignis gegeben hat über Steuergelder aber man ist nicht bereit zehn Cent mehr für ein Liter Benzin zu zahlen das ist die eine Beobachtung die zweite Beobachtung die ich mache ist dass es in einer Stadt wie Hamburg wo man das gefällt da ist vielleicht noch mehr eigentlich im Klimaschutz möglich als im Umland wo es einfach schwieriger wird es noch nie so viele Autos gab wie heute dass jedes Jahr tausende von Neuanmeldungen von Autos zusätzlich in Hamburg angemeldet werden obwohl es die ganzen Car-Sharing-Angebote auch noch zusätzlich gibt sodass sozusagen im Verhalten auf individueller Ebene unter Akzeptanz von manchen Maßnahmen ich mich dann doch frage was da wirklich umsetzbar ist ich aber gleichzeitig doch merke dass einfach die Akzeptanz grundsätzlich zunimmt und ich glaube wenn die Regierung das geschickt anstellt da sehr sehr viel möglich sein wird aber es wird glaube ich deutlich schwieriger als man es sich leider im Moment vorstellen kann soll ich direkt übernehmen okay ja ich glaube so aus aktivistischer Sicht natürlich also passiert da nicht genug und auch der Koalitionsvertrag ist absolut nicht 1,5 Grad konform deswegen bin ich mir da gerade nicht so sicher inwiefern wir das hinbekommen was für mich neben den ganzen naturwissenschaftlichen was Dicke jetzt auch schon abgedeckt hat irgendwie ganz wichtig ist vor allem dieses gesellschaftliche Umdenken was wir glaube ich einfach viel mehr reinbekommen müssen so das was ich jetzt auch jetzt glaube ich schon sehr oft gesagt habe welche Verantwortung tragen wir im globalen Norden welche Verantwortung trägt die deutsche Regierung gerade sowohl global jetzt als auch historisch nach allem was schon passiert ist so und ich glaube da muss die Regierung auch irgendwie voranschreiten und das endlich anerkennen und das benennen und demnach dann auch Maßnahmen folgen lassen und das fehlt mir gerade total und dadurch also es ist ja nicht nur so dass die Bevölkerung die Regierung bestimmt sondern die Regierung auch das bestimmt was irgendwie diskutiert wird und wenn immer noch darüber diskutiert wird ob wir uns Klimaschutz leisten können anstatt zu diskutieren wie wir uns ihn leisten können wie wir das hinbekommen weil Klimakatastrophe ist deutlich teurer als Klimaschutz das fehlt mir noch total und natürlich was ich jetzt natürlich auch noch mit reinbringen kann sind die die 100-Tage-Forderung die wir von Fridays for Future ja auch bestellt haben an die Bundesregierung wo vor allem auf Platz 1 steht dass wir endlich uns ein CO2-Budget setzen müssen und uns daran halten müssen also ein Budget an Emissionen was wir noch ausstoßen können so von Deutschland aus und uns daran gemessen Maßnahmen setzen können dass wir dieses Budget nicht überschreiten und das hat ja auch wieder eine ziemlich globale Sichtweise dann darauf wenn man jedem Land quasi ein Budget zuschreibt da gibt es noch ein paar andere Forderungen guckt gerne auf Fridays for Future .de nach lohnt sich da rein zu gucken auch inhaltlich genau und ich glaube halt wie gesagt weiterhin um jetzt auch nochmal irgendwie die aktivistische Perspektive oder noch so auszufüllen dass wir das halt nur hinkriegen wenn wir weiter Druck machen weil wie Dirk gerade schon gesagt hat ist in vielen Teilen der Gesellschaft das noch nicht angekommen was nötig ist was allen zuzuschreiben ist die jetzt schon davon wissen dafür haben wir diese Ringvorlesung um darüber zu informieren was aber auch gerade in einem sehr akademischen Kontext passiert und ich glaube es muss noch viel klarer werden was diese Klimakrise wirklich bedeutet nicht nur für uns sondern für die ganze Welt und dazu gehen wir immer noch auf die Straße diesen Freitag übrigens auch 17 Uhr Achmannplatz genau um das irgendwie nochmal klar zu machen und ich glaube dass das ganz ganz wichtig ist und wir freuen uns über jeden und jede der oder die dabei ist Das sind doch die perfekten Schlussworte ich danke euch beiden vielmals für die ganzen Eindrücke wir könnten noch glaube ich stundenlang weiterreden auch mindestens anhand der ganzen Fragen die noch über den Chat zusammengekommen sind ja fröhliche Winter Weihnachts was auch immer Tage wie euch das zur Nase steht hoffentlich vor allem eine erholsame Zeit glaube ich nach einem sehr sehr kräftezählenden Jahr in vielerlei Hinsicht wir sehen uns Anfang des Jahres wieder denkt an den Test der ab dem 4. Januar auch läuft und dann natürlich auch im nächsten Semester wie schon vorhin angekündigt mit vielen vielen weiteren tollen Vorträgen vielen lieben Dank Inga vielen lieben Dank Dirk und auf bald Dirk wir können noch eine kleine Nachbesprechung wie schon vorhin angekündigt mit vielen vielen weiteren tollen Vorträgen vielen lieben Dank Inga vielen lieben Dank Dirk und auf bald vielen lieben Dank